Der alte Heer 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Der wird Ihnen aber heute keinen bringen können. Der muss vermutlich auf einige Zeit verreisen. Auf Wiedersehen, Frau Reichberger. Auf Wiedersehen. Frau Reichberger, Frau Reichberger! Ja? Ja, was passiert denn mit Ihnen? Wo bleibt denn mein Frühstück? Aber ich komm ja eh schon. Ich komm ja eh schon. Ach, das, Franzi, bringt mir 90 Euro. Du, rechts hast, schimpfen und auch. Hatte auch noch kein Futter gekriegt. So was ist ja ... Ich weiß nicht, wenn man sich nicht gebraucht haben, die ganze Zeit umeinander. Wie man sich gebraucht hat, ist nirgends zu finden. Na also, wo steck ich denn? Nur keine Aufregung. Ich hab mir gedacht ... Aber wenn Sie jetzt am Denken anfangen, da ist schon ein Unglück. Ich hab mir ja extra gesagt, Sie sollen mich in der Früh zeitlich aufwecken. Ich will einpacken, weil ich morgen in der Früh auf Urlaub fahre, nicht? Na, wannst du eh erst morgen fahren? Dann musst du heute gar nichts verseihen. Das müssen Sie mir überlassen. Ich bitte dich, beeile dich. Du weißt, bei einer gerichtlichen Vorladung muss man pünktlich sein. Eigentlich tierisch, so früh am Morgen vorgeladen zu werden. Na, das hast du dir doch selbst zuzuschreiben. Hätte ich ruhig zusehen sollen, wie ich in meinem eigenen Hause beraubt und bestohlen werde? Am Ende hast du die Branche verloren wie unlängst in Teplowitz. Ach, erinnere mich nur nicht an Teplowitz. Was hast du eigentlich gegen diesen schönen Ort? Schönen Ort? Ein Wald von Schornsteinen, Rauch, Russen und sonstigen Annehmlichkeiten. Na, letzten Endes verdankst du diesem Ort alles, was dich hier umgibt. Alles, was du anhast. Gott sei Dank bin ich nicht dazu verurteilt, das von dir wagonweise in Teplowitz erzeugte Bachchen anzuziehen. Na, du wirst bald zu etwas anderem verurteilt werden. Verurteilt? Ich? Ja, wegen Nichtfolgeleistung einer behördlichen Vorladung. Tja. Es ist gleich 9 Uhr. Das ist meine geringste Sorge. Mit so einem Landesgerichtsrat werde ich schon auch noch fertig werden. Na, ich befürchte mit diesem Herrn Rath Bachmeier nicht. Der soll nämlich ein ganz unzugänglicher Hüter des Gesetzes sein. Warten Sie, drehen Sie das Radio auch. Ja, da haben Sie eine schöne Morgenmusik. Da werden Sie dann gleich besser aufgehen. Ich bin ganz gut aufgelegt, aber Sie von dir morgen aber gehen nachher. Drehen Sie auf. Aber Sie hören du sonst so gern Radio? Auf die Nacht. Wenn ich allein bin. In der Früh hab ich's nicht gern. Da hab ich keine Morgenmusik. Obdrehen Sie uns. Haben Sie gehört? Ja, jetzt spülen Sie aber grad das Liebe-Lied von dem alten Herrn Kanzlei Rath. Wie schwer ist doch so einsam? Einsam. Wie schön wär's doch gemein. Sehr lehnreich. Da könnte sich manch einer ein Beispiel dran nehmen. Dann guck mal doch eine, dann laschen wir eine. interfer. Aber schauen Sie, er singt doch so lieb. Kann ich aber nicht Oh, der Kleine, guck nur der eine, was für der eine, Dienststück mit eins. Butter haben Sie keine? Nein. Warum? Was stellen Sie nachher Salz her? Sollen wir da mit dem Kaffee-Salzen? Ich habe heute keine geliefert bekommen. Geliefert bekommen, man wird einem nicht breite Butter ins Haus liefern, hätten Sie noch nicht umgeschaut. Ich kriege da immer kein größeres Quantum, nicht? Auf Karten? Aber Herr Rohr, die sagen Sie mir, was glauben Sie eigentlich? Was stellen Sie Ihnen denn vor? Was? Na, hören Sie? Wenn Sie mir... ...im Schleich? Ja, natürlich. Na, auf die Marken hätten Sie doch die ganze Zeit keine gekriegt. Ja, sind Sie wahnsinnig? Wie können Sie mir als Landesgericht, Frau Bachmeier... ...e Schleich halt als Butter? Also, so reden Sie sich doch nicht so auf, so... Sie brauchen es ja nicht zu wissen, nicht? Aber jetzt weiß ich! Und jetzt muss ich es amtlich zur Kenntnis nehmen! Verstehen Sie, Frau Reisberger? Amtlich! Die Adresse? Die weiß ich doch selber nicht! Was? Ein Unbekannter schickt man Sie immer vom Land! Aha, aha, können wir schon! Diese Ausreden! Na, ich werde schon eine Liste in die Sache bringen! Da garantiere ich hängen! Wo sind denn meine Jägerhemden? Woher soll ich denn nicht das wissen? Wenn Sie es mir wie immer zum Ausbessern und zum Waschen gegeben hätten, dann wären Sie schon längst fertig! Aber Sie ins Amt haben Sie es geschleppt, weil es um fünf Groschen billiger kommt! Sind Sie fertig? Wo die Hemd? Nein, Sie! Ja! Dann hätten Sie es nur mir gegeben! Nein, Ihnen gibt nichts! Das wär bei voll, dann lass ich mich nicht glücklich machen! Was haben Sie denn da in dem Parkerl? Die Jägerbesch vom Herrn Landesgerichtsrat! Die muss er noch vor seinen Urlaub haben! Ach schon, na ja, dann ist schon gut! Langsam, langsam, lass dir nur Zeit! Guten Morgen! Sind Sie vorgeladen? Nein! Dann warten Sie draußen! Na, besonders höflich sind Sie nicht! Dafür sind wir im Landesgericht! Da braucht man nicht höflich sein! Hasardspieler, Erpresser, Dieb, Hochstapler! Das ist eine schöne Begrüßung! Warten Sie draußen, bis Sie gerufen werden! Na, mit mir werden Sie schon eine Ausnahme machen! Ausnahmen gibt es nicht! Wir sind hier nicht am Wohnungsamt! Ich bin nämlich aushilfweise das Protokoll für Herrn Radbachmeier zugeteilt worden! Ach so, na gut! Längst dabei ab, Herr... Dr. Hofstetten! Freut mich! Herr Landesgericht, Herr Dr. Bachmeier, bitte! Auf dem Korrektur bin ich prinzipiell nicht zu sprechen! Ja, aber bitteschön, Herr Landesgericht! Nein, ich hab keine Zeit! Warten Sie, bis Sie drankommen! Unglaublich! Schon auf der Stimme! Halt ab so ein Hauen selber! Na, die lasse ich dunzen, bis Sie schwarz werden! Herr Rad! Ja? Ich bin Ihnen aushilfsweise vom Präsidenten als Protokollführer zugeteilt worden! Herr Dr. Schulz ist nämlich erkrankt! Krank ist er? Ha ha! Ausgeschlafen ist er nicht! Bummelt hat er, glummt hat er! Wird ja gar nichts! Hab ich schon einmal glummt! Ja, niemals nicht, Herr Rad! Wie heißen Sie denn, Herr? Dr. Egon von Hofstetten! Von? Oh je! Danke, danke! Lass es! Lass es nur! Und Sie sind ja parfümiert! Was? Das soll ich jetzt alle noch vornehmen? Vor den Urlaub? Wollen wir es sehr kurz machen! Ja? Ja, bitte! Oh, ich hab mal geteilt! Ich hab mal geteilt! Du hattest mir es eingesteckt! So was Blödes! Kommt her! Haben Sie für den Schilling! Ist die Lebensmittagarten und da besorgen Sie mir für die Reise! Fünf Dekker Strichwurst und zehn Dekker Emmentaler! Aber kleine Löcher! Sonst hat man ja gar nichts davon! Bitte, Herr Rad! Herr Dr. Stehen Sie die mal herum, setzen Sie nieder und schreiben Sie! Aber deutlich bitte, dass man es lesen kann! Verzeihung, Herr Rad! Ich komme! Sie haben aber nicht zu kommen, wenn Sie nicht gerufen werden! Gehen Sie raus! Gehen Sie raus! Fritz und Marianne Seewald! Seewald? Das sind doch gute Bekannte von mir! Haben die auch was verbrochen? Sind vorläufig als Zeugen geladen! Ja, ist das eine liebe Überraschung! Servus! Ich mache ja die Aushilfe beim Herrn Rad Bachmeier Dienst und da höre ich plötzlich deinen und Mariannes Namen! Hast du gedacht, wir haben auch etwas ausgefressen? Ehrlich gesagt erschrocken bin ich im ersten Moment schon doch! Ich bin die Herrschaft nun fertig gesehen mit der Privatunterhaltung! Dann möchte ich vielleicht bitten! Oh, pardon! Ich komme schon! Bitte schön, Herr Doktor! Kennen Sie vielleicht... Liebe Frau, ich kann doch nicht gegen den Willen des Herrn Rates! Sie kommen in diesem Emer Sturm! Mit Ihnen war auch eine gewisse Marianne Seewald vorgeladen! Ist das Ihre Frau? Ja! Sie lässt um Entschuldigung bitten! Sie kommt etwas später! Aha! Wieder nicht fertig waren mit der Toilette, die Gnädische! Ach, Sie kennen meine Frau, Herr Rad? Ich kenne Sie nicht, aber Sie ist ja so Frauenzimmerort, nicht wahr? Wann sind Sie also auch verheiratet? Gott sei Dank, nein! Ich habe mit den Frauenzimmern wenigstens zu tun gehabt! Mein Gott, man muss eben etwas nachsichtig sein mit Ihnen! Ginte! Energisch muss man sein! Nicht wahr? Aber natürlich, wenn man so ein Pantoffel hätte, ein Waschlob, ein Seemantel, dann ist es ja kein Wunder! Ja, wenn ich auch so energisch sein könnte! Möchten Sie mir nicht das Rezept verraten, Herr Rad? Ich habe etwas anderes zu tun! Nicht wahr? Wollt ihr denn der Akt Emma Sturm? Bitte! Wieder kein Schnierl? Wieder kein Schnierl drauf! Ja! Danke! Schon wieder alles im Akt drinnen! Was im Akt drinnen ist, ist wurscht! Die Hauptsache ist das Schnierl! Merken Sie sich das für Ihre zukünftige Karriere! Sie haben da eine Anzeige! Erstattet den ihr Stummädchen immer stumm! Ich nicht! Aber meine Frau wollte durchaus... Die Gnädige war so liebenswürdig! Weil wir gar so wenig zu tun haben! Mir ist die Sache sehr peinlich! Die Emma hat ja wahrscheinlich die Brosche gestohlen, aber wer weiß, ob sie nicht durch die Macht der Umstände in diese Zwangslage gekommen ist! Macht der Umstände? Was heißt Zwangslage? Wenn sie die Brosche gestohlen hat, ist sie eine Verbrecherin und fertig! Ja, aber viele Menschen können wirklich nichts dafür, dass sie Verbrecher sind! Wie kommen Sie sich das in der merkwürdigen Anschauung über die gewöhnlichsten Moralbegriffe? Ja, ich habe auch einige Semester Jus studiert! Und da hat uns ein Professor gelehrt, dass jeder Mensch als Verbrecher geboren wird! Ihr Herr Professor gehört entschieden ins Panoptikum! Ich kann das schon sagen! Sowas habe ich noch nicht gesagt! Jeder Mensch ist von Haus aus zu blöd! Da bin also ich auch zum Verbrecher geboren! Diese Verhältnisse möchte ich kennen, die mich dazu bringen könnten, irgendeine gesetzwidrige Handlung zu begehen! Der Landesgericht zu Bachmeier begeht eine Erpressung, meldet sich vor, spielt Hassan, macht sich eine Amtsbegegnung schuldig, unbegegnet was aus Traubgab, noch einen kleinen Ehebruch! Ja, warum denn nicht? Wenn einem die Richtige über den Weg läuft! Die Liebe ist eine gar gewaltige Triebkraft, Herr Rat! Herr Rat! Ich bin nicht aufgelegt, mir vor Ihren Vorträgen über die Liebe und die Triebkraft heute nicht! Guten Tag! Ich bitte um Verzeihung, dass ich mich erlaubt habe! Ja, ja! Ihre Frau muss ich noch vornehmen! Meine Hochachtung, Herr Oberrat! Herr Rat! Ich bin nur Rat! Pardon! Oberrat, danke! Servus, lieber Hochfeld! Wiedersehen! Jetzt ist er schon wieder da! Herr Rat, ich kann nicht mehr länger warten! Meine Erdäpfchen brennen mir ran! Ihre Erdäpfchen sind mir wurscht! Wenn Sie sich noch mal unterstehen, ungerufen hereinzukommen, so lasse ich Sie in den Disziplinar-Arrest abführen! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Unglaublich, diese Frauenzimmer! Jetzt fällt mir rein, meine Jägerwäsche ist auch noch nicht von der Reparatur gekommen! Ich habe ja auch ausdrücklich gesagt, im Laufe des Vormittags! Ja, schauen Sie mich nicht so entgeistert an, Herr Doktor! Ich trage Jägerwäsche! Jägerwäsche? Ja, Trikot-Unterwäsche! Wenn Sie es nicht an, weil es hygienisch ist! Und billig ist es auch! Wenn jemand nach mir fragen sollte, ich bin im Präsidium, ich melde nur meinen Urlaub an! Morgen, Herr Oberlandesgerichtshof! Ach, Herr Kollege! Gut, dass Sie da sind! Ich wollte Sie ohnehin später in Ihrer Kanzlei aufsuchen! Ja, bitte! Um was handelt es sich sehr an das Gerichtshof? Ich wollte mich nämlich erkundigen, wie Ihnen heute Ihr Frühstück gemundet hat! Ja? Ja? Oh mein Gott! Das Lackerl-Kaffee! Das Lackerl-Kaffee! So, so! Sonst nichts? Nicht ein bisschen Marmelade, Keks, Butter? Nein, nein! Das kann ich mir nicht leisten! Bei meinen Bezügen! So, so! Na, erzähl, Herr Nade! Also, ich will Sie nicht weiter auf die Folter spannen! Heute Morgen ist nämlich unser Freund wieder eingeliefert und mir vorgeführt worden! Unser Freund? Ja! Der, der, der dicke Wiesinger! Der, der, der... Der Bladepolder! Ja, ganz richtig! Der Bladepolder! Er behauptet, dass er Ihr Butterlieferant ist! Ach du? Die Reisberger! Ja! Der Name stand auf seiner Kundenliste! Diese Reisberger! Eine furchtbare Person! Dreimal habe ich hier schon gekündigt! Dreimal ist sie schon geflogen, aber die ist ja wie ein, wie ein Bumerang! Die kommt ja immer wieder zurück! Ha, ha, ha! Also, seien Sie ganz unbesorgt, Herr Kollege! Ich habe mir diese Frau Reisberger bereits vorgenommen! Bin also vollkommen im Bild, dass Sie keine Ahnung davon haben, dass er Ihr Lieferant ist! Herr Scher, ich bin ja ganz versorgeniert! Wo ist er denn jetzt, der Inkubat? Ja, der ist natürlich hier! Den können Sie sofort sehen! Warten Sie mal! Ja, ich habe ja noch Zeit zu meiner nächsten Verhandlung! Wenn es Ihnen recht ist, begleite ich Sie selbst zu ihm! Ja, bitte! Ja, bitte! Ja, aber Moment! Sie wollten doch zum Präsidenten! Nein, nein, nein! Das hat Zeit! Bitte! Ich bin ja gar nicht in der Verfassung jetzt zum Präsidenten zu gehen! Darf ich Sie bitten, Herr Kollege? Bitte schön! So! Ha! So! Hier haben Sie unseren alten Freund in Lebensgröße! Sie! Wer gibt Ihnen das Recht? Herr Kollege, nur Ruhe! Sie kennen mich? Jawohl, Herr Kollege, Herr Landesgerichtsrat! Wieso wissen Sie, wer ich bin? Ich bin ja, das weiß ich nur, weil Ihnen der Herr Kollege, der Herr Oberlad, Herr Kollege gesagt hat! Da habe ich sofort gegnästet, dass Sie auch noch so was Ähnliches sein können! Sie kennen mich also nicht persönlich! Bedauert habe ich bis jetzt nicht das Vergnügen gehabt, Ihr Allwertes... Schweigen Sie! Sie sind Schleichhändler! Zu dienen Schleichhändler! Wenn vielleicht was Gefälliges ist, ist eine Unverschämtheit! Können Sie meine Frau Reisberger? Jawohl, Herr Reisberger! Sie! Machen Sie keine Witze! Ob Sie die Hausbesorgerin Frau Reisberger kennen? Ah, das ist der Hausmeister? Sie! Jetzt kenne ich bald selber nicht mehr aus! Ich frage, ob Sie die Frau Reisberger kennen? Wenn Sie Wert darauf legen? Jawohl! Das ist eine mittelmäßige Kundschaft, keine große Sache! Wissen Sie, für wen Sie bei Ihnen einen kauft? Freilich! Deshalb mache ich auch einen Ausnahmspreis! Es soll unter uns gesagt, ein Kollege von Ihnen, von Ihr verkästigt werden! Und da habe ich mir gedacht, macht einen Reklampreis, nicht wahr? Vielleicht kann man den Herrn einmal brauchen! Man kann ja nicht wissen! Aber es scheint bei ihm nicht viel herauszuschauen! Es scheint ein recht notischer Herr zu sein! Eine Unverschämtheit! Pardon, bitte, wenn Sie stört! Also es scheint kein notischer Herr zu sein! Also ich bin außer mir! Ich denke, Herr Rat, wir lassen Sie jetzt genug sein! Einsperren zu einem Kerl, dass die Schwarten krachen! Fast im Dunkel! Bitte, der Mensch ersticht ja im Fett! Ausrotten die ganze Schleich in der Gesellschaft! Mit Stumpf und Stil! Nein, nein, nein! Nur nicht gut sogar! Nur nicht so aufgeregt, Herr Rat! Also kommen Sie, Herr Kollege! Oh, kommen wir nicht so wirklich! So geht's nur! Bin eh froh, wenn ich mehr Ruhe habe! Aber vielleicht, Herr Rat, ich meine halt noch so! Man kann niemals nichts wissen! Na, das muss ja ein Musterexemplar von einem Krampus sein, dieser Rat Bachmeier! Aber als Tochter des Kreisgerichtspräsidenten fürchte ich mich trotzdem nicht für ihn! Ich bleibe, mein Schatz! Du musst mir nur raten, was ich machen soll! Nun, wenn dein Papa durchaus wünscht, dass du nach Hause fahren sollst, dann fährst du nur dem nach Hause! In Kärnten ist es doch jetzt viel schöner als hier! Und ich nehme mir dann ein paar Tage Urlaub und reise dir nach! Du glaubst, dass du kommen kannst? Sicherlich! In ein paar Tagen bin ich bei deinem gestrengen Herrn Papa, um mich ihm als zukünftigen Schwiegersohn vorzustellen! Ach, das wäre herrlich, Schatz! Du lieber du! Was ist denn da los? Verzeihen Sie, Herr Rat! Sie geben sich ihr Rendezvous im Landesgericht? Er ist unschuldig! Das sagt ja jeder bei uns! Die Sache ist nämlich so! Sie interessiert mich nicht, Fräulein! Wenn Sie küssen wollen, dann gehen Sie in den Kino! Herr Landesgerichtsrat! Es hat sich um eine wichtige Mitteilung gehandelt! Ja, ja! Ich hab diese Mitteilung schnutzend gehört bis ins nächste Zimmer! Küssen scheinen Sie zu können! Ob Sie in Stand sind, ein richtiges Protokoll zu schreiben, das wird sich erst zeigen! Jedenfalls ist mir das erste wichtiger, mein lieber Herr! Die! Ich bin nicht der lieber Herr! Für Sie bin ich der Herr Landesgerichtsrat Leopold Bachmeier! Und da sollte er suchen, ich sehe, das Amtslokal gefälligst zu verlassen! Komm, Lilly! Sie gestatten, Herr Landesgerichtsrat, dass ich das Freude hinaus begleite! Bitte! Bitte da oben! Also von nun an kennen wir uns nicht mehr! Unglaublich! Nicht einmal die Heiligkeit des Landesgerichts ist von dieser blöden Liebe sicher! Drachen bleiben! Das ist aber ein sonderbarer Empfang! Ah, Herr von Hofstetten! Guten Morgen! Sie müssen entschuldigen, ich habe nämlich gedacht, das ist wieder diese zuträgliche Person von vorhin, die immer umgerufen reinkommt! Marianne Deewald ist mein Name! Bitte! Stört das? Dankeschön! Sie müssen verzeihen, Herr Rath, dass ich Ihre kostbare Zeit mit meiner Angelegenheit in Anspruch nehme! Nein, nicht so viel! Hier gibt es nichts zu verzeihen! Nicht nur Ihre Angelegenheit, das ist meine Pflicht! Hier gibt es weder Unterschiede, noch Rücksichten! Oh, Herr Rath, was Sie da sagen, gefällt mir riesig! In Ihren Worten liegt Energie! Und energische Männer imponieren mir! Mein Mann zum Beispiel ist gar nicht energisch! Nicht so viel! Ja, ja, das habe ich bemerkt, weil er auch nicht genügend streng, mit ihm, ich meine, weil er sich nicht genug streng an die Tatsachen haltet! Bitte! Und er hat ja auch die Geschichte mit dieser Brosch zu beschönigen versucht! Ja, ja, so ist er! Wir haben uns auch deswegen gestritten! Ich habe heute Morgen beschlossen, mich von meinem Mann scheiden zu lassen! Naja, ein häuslicher Streit ist ja doch immer kein Scheidungsgrund! Ja, aber Teplowitz ist ein Scheidungsgrund! Hm? Mir ist ein Scheidungsgrund, Teplowitz? Nicht bekannt! Vielleicht bin Sie wählgerecht! Nein, Sie wissen Sie, mein Mann besteht darauf, dass ich den ganzen Sommer dort verbringen soll! Habe ich zu ihm gesagt! Bitte schön, geh du nach Teplowitz! Ich geh an den Wörthersee! Nach Felden! Na, habe ich nicht recht, Herr Rat? Ja, ja, so ganz unrecht kann ich Ihnen ja nicht geben! Ja, aber bitte, jetzt muss ich Sie doch ein amtlich Einvernehmensverzeugen! Nicht wahr, wenn Sie so gehen! Herr von Seewald! Herr von Seewald! Ach, Frau Blumenreich! Denken Sie sich dieses Glück, Herr von Seewald! Was ist denn passiert? Die gnädige Frau hat mir doch vor acht Tagen ein Abendkleid zum Umständen geschickt! Und da, wie ich heute mit der Arbeit an dem Kleid anfange, da... Was ist denn los? Was haben Sie denn? Die Branche habe ich! Die Branche, die die gnädige Frau so vermisst! Ach! Ja bitte, und worauf stützt sich eigentlich der Verdacht gegen diese Emma-Sturm? Vor allem auf eine Liebschaft, die Sie angeknüpft hat! Sie hat sich seitdem total verändert! Glauben Sie nicht auch, Herr Rat, dass ein Mensch seinen Charakter total verändern kann, wenn er sich verliebt? Es sollen solche Fälle vorgekommen sein! Die urteilen Sie selbst! Wer sollte die Brosche sonst genommen haben? Na ja, das sind allerdings schwerwiegende Verdachtsmomente! Na, sehen Sie, Herr Rat, und mein Mann hat mich ausgelacht! Ja? Der Herr Gemau scheint die Dinge überhaupt vor der leichten Seite zu nehmen! Der ist Fabrikant, nicht wahr? Ja, ja. Aber er fabriziert Barchend! Barchend! Ist das nicht die reinste Ironie, wo ich nur hauchdünne Seidenstrümpfe und Seidenwäsche trage? Das wohl, komm mal... Das ist eine Ironie! Das ist eine... Habe ich nicht recht? Herr Rat? Und wie Sie vollkommen recht! Können Sie, Herr Doktor, können Sie mal hinüber in die Registratur und schauen, ob da welche Vorakten laufen, denke ich, dass Sie immer sterben. Aber genau! Bin klar? Jawohl, Herr Rat! Herr Doktor, können Sie bei dieser Gelingheit können Sie mir gleich noch auch hier die Vorakten heraussuchen? Das geht zusammen. Das wird bei uns gelungen, das nehmen Sie auch mit. Aber gründlich. Können Sie? Ich werde mich bemühen, Herr Rat. Ja. Hier. Ein eleganter Mensch in der Hofstetten, nicht? Nein. Ich schwör mir, so viel Eleganz. Gutsitzende Kleider, Parfum, schicke Krawatten, Sehfierhänden. Das ist mein Genre. Ein Mann zum Beispiel mit Trikotunterwäsche. Mit Jäger, mit Jägerwäsche. Ja, mit Jägerwäsche. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Jetzt kann ich aber nicht mehr warten, Herr. Ich komme von meiner Schwägerin, der sie ihre Wäsche zum Ausbessern gegeben hat. Sie wissen schon, die Jäger... Weiß ich! Weiß ich, die Frau Jäger... Aber nein! Die Jäger... Ich weiß es, ich weiß es. Gehen Sie es hinunter zum Portier, wenn man es da oben will. Mir geht es erst, wenn ich den ganzen Vormittag... Dann das Einheimnis nicht zum Richten. Dann müssen die Ärmel angestrickt werden. Der Post... Der Post... Wer kommt der Post? Wer nimmt das Geld noch? Blöde. Du... Es ist ein bissl... Es ist ein bissl dumm. Die Frau Jäger schickt mir nämlich meine Zähne hin. Ich verwundere ihre Energie. Ja, das muss man. Bitte... Bitte... Möchtest du nicht mehr? Die gnädige Frau hat mich zu sehr gekränkt. Hören Sie doch schon endlich auf zu heulen. Ich will doch alles machen, um die Argengelegenheit in Ordnung zu bringen. Warte, ja. Kommen Sie mal, ja? Sie sollen auch eine Freude haben. Ich werde das von meiner Frau schon verantworten. So, warten Sie. Hier. Nehmen Sie das weiße Gleiter gnädigen Frau als Trost. Na? Wollen Sie es haben? Na? Nehmen Sie es doch. Dann... Dann möchte ich schon lieber... Das Blaue... Und für eine schicke Frau... Wird Barchend mit der Zeit ein bisschen öde. Jo, jo. Barchend färbt ab, Herr Rats. Ist ja nicht echt färbig. Nein, nein. Ich meine, seelisch färbte Ab. Jo, jo, ich... Weiß schon, das ist nur eine... Floske meinerseits. Genauso wie Depplowitz abfärbt. Depplowitz färbt auch ab. Ja, und darum will ich auch nicht dorthin. Sehr richtig. Sehr richtig. Bitte, eine so schicke Frau wie Sie. Die gehährt nach Gensendorf, Grumpendorf, Ostende, Truwil. Nein, nein. Ich bin schon mit Grumpendorf zufrieden. Mit Pörtschach, mit Felden. Aber Depplowitz auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Er soll nach Depplowitz und wir vorne am Mörtersee. Wir? Wir? Pardon. Ich meine, Sie. Nee, Frau. Sie fahren nach Felden. Ja. Ja. Ich fahr nach Felden. Verzeihung. Verzeihung. Ist das möglich? Aber, meine... Geht das, dass eine Dame so ganz allein so... Wieso? Das ist doch das Interessante. Finden Sie nicht auch, Herr Rath? Nee. Wo bin ich oben? Natürlich. Verraschen bleiben. Verzeihen Sie, wenn ich ungerufen eintrete, Herr Rath. Also, die Brose hat sich gefunden. Wie immer ist unschuldig. An der ganzen Geschichte bist nur du schuld. Bitte keine Ausfälle. Sie sind hier nicht im Depplowitz. Sehen Sie, Herr Rath. Sehen Sie, so ist er. Immer aggressiv. Was, ich? Bitte zur Sache. Also, meine Frau hat dieses wertvolle Schmuckstück an ihrem Abendgleich stecken lassen. Durch deine Leichtfertigkeit wäre das arme Stuhlmädchen beinah ins Unglück gekommen. Du solltest dich schämen. Bitte, bitte. Ihr habt mich behandelt. Herr Siewald, Sie sollten nicht so heftig sein. So, und vor einer Stunde haben Sie selbst gesagt, ich soll energisch gegen meine Frau auftreten. Ich sei ein Siemantel, ein Waschlappen, ein Pantoffelheld. Was, das haben Sie gesagt? Ich verbiete Ihnen einzelne Phrasen aus meinem Gespräch herauszureißen. Habe ich denn gewusst, dass Sie so eine reizbare Natur haben? Ach, ich bin sehr unglücklich. Bitte, na also, jetzt sehen Sie, jetzt weinen Sie, die Arme. Natürlich, wenn man mit einem Piranen verheiratet ist, mit einem Diktator, der nichts anderes im Kopf hat, als wie ein Paar hat, noch dazu, der abfärbt, dann ist das ja kein Wunder. Ist doch lächerlich. Ja, gar nicht lächerlich. Und jetzt wollen Sie Ihre Frau nach Teplowicz verbannen, über den ganzen Sommer, nach Teplowicz. Na, kennen Sie den Teplowicz, Herr Rath? Nein, aber was kann das schon für Ihr Gegend sein, die Teplowicz heißt? Das ist der richtige Ort für meine Frau. Da kann sie wenigstens nicht flirten, nicht kokettieren. Ich fahre jedenfalls heute noch hin. Ja, und ich nach Felgen. Ich habe die Ehre, Herr Rath. Guten Tag. Was? Es war wirklich nett von Ihnen, Herr Rath. Ich danke Ihnen. Oh, bitte. Wenn die Frau aber die Geschichte mit der Bruch hätte schief ausgehen können. Wirklich? Ja. Wirklich. Ich werde es nicht mehr wieder tun. Also, Herr Rath, ich glaube, ich muss jetzt auch gehen. Bitte. Ja. Verzeihung, du hast noch zu unterschreiben. Ja. Das Protokoll. Nicht wahr? Ist noch zu unterschreiben. Die letzte Seite. Sind das Ihre Röllchen? Ah, tisch. Hat der Team vergessen, eine Partei. So. Danke. So, bitte. Also. Adieu, Herr Rath. Tschüss. Und die Frau fahren jetzt also nach Felgen? Ja, ja, unbedingt. Und daher gemalt. Und glauben Sie nicht, dass er nachkommt? Sicher, er wird nachgehen. Sie werden sehen. Nein, nein, das glaube ich nicht. Nach der Szene. Wenn der sich mal was in den Kopf gesetzt hat. Ja, das ist ein dicker Kopf. Ja. Ja. Herr Rath. Ja, die Frau. Bitte. Danke. Bitte schön. Auf Wiedersehen. Äh. Auf Wiedersehen. Nein, weil du meine, falls Sie wieder einigst, soll eine Branche verlieren. Also dann, auf Wiedersehen, Herr Rath. Tschüss, liebe Frau. Tschüss. Auf Wiedersehen. Das ist eine reizende Frau. Ja, das ist ein Handschuh hat's vergessen. Sie hat eh nur einen zweiten. Ich habe ja alle Akten durchsucht, Herr Rath. Herr Dr. Bitte? Glauben Sie einen Moment. Ich werde Sie nämlich mal was fragen. Kennen Sie mir nicht die Adresse suchen, wo Sie diese Sachen kaufen? Die meine Design-Hemden und die Krawatten? In der Kärterschloss jetzt rein, als Sie gemogen haben, aus dem Gentleman, Herr Rath. Gentleman. Gentleman. Aha. Sagt direkt, wo da einzige auch? Da bekommen Sie alles, Herr Rath. Große Auswahl. Da brauche ich doch so einen Bahnammerhut und so. Verschiedenes für einen Freund von mir. Der hat mich ersucht. Sicher, Herr Rath. Na ja, so werden wir die Adresse. Bitte, Herr Rath. Aha, ja, danke. Na, die Hände sind noch ein bisschen flechtig. Ich finde sie wahr. Überhaupt. Ja, 92. Frau Kärntel-Kasse 92. Frau Kärntel-Kasse 92. Frau Kärntel-Hove. 92. Tum. 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 Na also, verehrte Hausfrau, liebe Frau Scherzer, meine Tochter kommt doch. Ja, sehen Sie, Herr Präsident, wie unbegründet Ihre Besorgung ist wahr. Meister Teufel, warum sie durchaus den ganzen Sommer in Wien bleiben wollte. Das ist die Liebe, nur ganz allein. Liebe gnädige Frau, unter Ihren Gästen wird da etwas Außerordentliches zu finden sein. Ich meine, könnten Sie einem besorgten Vater vielleicht ein paar Winke über Ihre Pensionäre geben? Werden hier schon ganz besonders annehmen. Meine Pension hat sich noch jedes Jahr jemand verlobt. Na, Papschi, wie gefällt dir mein neuer Badeanzug? Was? Na, das ist ein Skandal, aber kein Badeanzug für meine Tochter. So wirst du nie einen anständigen Bräutigam finden. Wer sagte denn, dass ich nicht schon einen habe? Das war ja noch schöner. Du merkst dir, dein zukünftiger Mann muss in erster Linie mir gefallen. So, und mir braucht er gar nicht zu gefallen? Ja, gewiss, gewiss, das lässt sich doch alles vereinen. Nein, suchen darfst du ihn. Aber finden werde ich ihn. Nein, nein, nein. Herr Rehn. Grüß Gott, Herr Rath. Grüß Gott, Sie wünschen? Der Portier hat gesagt, dass Sie mit mir sprechen wollen. Wie? Gewiss, bin ich Frau Seedlmeier, Besitzerin von hier, die Frau vom Seeblick. Aber nein, nicht Seeblick, das ist doch, der Portier ist ja ein Esel von Ihnen, das kann ich Ihnen schon sagen. Bis ich angekommen bin, habe ich ihn ausdrücklich gefragt, ob hier die Frau Seewald wohnt. Seewald? Seewald, was denn, aber nicht Seedlmeier, ihr Blick rasiert mich nicht. Aber, aber, Herr Rath. Ja, bitte, Frau, wo ist denn du, Herr Frischee? Gleich unten, das zweite Haus recht. Aber, Peppern, was machst du denn, du hast ja zu viel weggeschnitten. Entschuldigung, entschuldigung, schon einen Augenblick. Ja, sagen wir mal, kannst du nicht aufpassen? Ich habe ihr eh aufgepasst. Das nennst du aufpassen, da schau her, dass er viel zu viel hineinfetzt. Und da, und da, und da, mein Lieber, ich werde dir geben. Du, entschuldigung, schon, Herr Hofbau, aber mein Sohn ist halt noch ein Anfänger. Ja, ja, weil ein Anfänger ist schwer. Ich will die Sache sofort in Ordnung bringen, Herr Hofbau, gell? Und du machst aber diesen Herrn da fertig, schön rasieren und schnurrbart stutzen. Und du magst das? Kannst du gut rasieren, Burscherl? Oh ja, ich hoffe. Du hoffst, wie lange rasierst du ihn schon? Sie sind der Erste, wo ich darf. Ich kann ja lieb werden. Guten Tag. Habe ich dir einmal hochhaft um ein Kompliment? Oh, Herr Hofbau, jetzt ist wieder alles in schönster Ordnung. Oh, ich danke sehr. Darf ich bitte, Platz zu nehmen? Wie gewöhnlich, bitteschön. Ja, hallo, jetzt machst du mich zuerst einmal fertig. Bedauere, mein Herr, bitte, einer nach dem anderen. Das heißt, einer nach dem anderen, der Herr ist doch viel später gekommen, als wie ich. Lieber Herr, was wollen Sie eigentlich? Sie werden doch ohne dies bereits geblieben. Ja, bitte, wissen Sie doch nicht meine Angelegenheiten. Ich habe mit dem Friseur gesprochen. Schließlich haben Sie aber mich gemeint. Ja, natürlich habe ich Sie gemeint, weil das eine Ungehörigkeit ist. Erlauben Sie? Ich erlaube mir gar nichts. Wieso kommt ihr nicht dazu, dass ich mich von dem Bub da massakrieren lassen muss? Verzeihung. Bisher hat Sie meinen Sohn nicht geschnitten. Soll ich mich vielleicht nicht dafür bedanken? Sie sehen doch, dass dieser Herr nur stänkern will. Sie sehen doch, dass dieser Herr nur stänkern will. Nein, sondern ich vielleicht. Sie haben doch angefangen. Natürlich. Sie haben, weil Sie sich eingedrängt haben. Weil Sie sich eingeschmuggelt haben. Setz mich aber zu bunt. Ihr Formempfinden ist mir ziemlich wurscht. Komme ich später wieder. Bis dieser Herr draußen ist. Ich bin kein Herr, sondern... Interessiert mich nicht im Geringsten, wer Sie sind. Unglaublich, es ist wirklich... Ich bitte tausendmal im Entschuldigung, Herr Kreisgerichtspräsident. Was? Solche Kurgäste verleihen einem den ganzen Aufenthalt. Jetzt hab ich aber genug. Ist ja zu blöd. Schauen Sie mich an, wie ich ausschau. Ich bin ja ganz rot, dass wir... Entschuldigung, wir wollen ja noch den Schnurrbord stupsen. Nein, darfst machen wir allein. 1,80. Ja, ja, ist es. Ist schon in Ordnung. Guten Tag. So was Blödes habe ich noch nicht gesehen. So was Blödes wird der Bub... einem Buben... einem Buben gibt er mir. Ja, ich schau mal aus hier. Ich habe ja alles schlecht, dass wir die Kinder... Jetzt kann ich ihn ganz wegnehmen. Du bist die Rose, die Rose vom Werthersee. Ohli, 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 ohli gleichen Schwung. Alle Fischlein hier am See kommen freudig in die Höhe, wenn dein Morgenbad du nimmst, zwischen ihnen schwimmt, selbst der kleine Bart. Ich bin ja Bock, ich bin aufgeputzt über mich drüber. Meine Herren, Ihr freundliches Interesse ehrt mich, aber irritiert mich auch. Zücken Sie Ihre Kanonen auf andere Objekte, ich bin doch kein Filmstar. Aber der Star unseres Strandes sind Sie, Gneva. Und wenn ich persönlich ein kühnes Wort wagen dürfte... Nein, das dürfen Sie nicht, dann gehe ich lieber. Aber so lassen Sie sich doch wenigstens Ihr entzückendes Händchen küssen. Aber bitte! Bitte! Sie kommen noch hier und setzt die Alpen... Bravo! Bravo! Das war wirklich ein eleganter Sprung. Ich bitte es einfach bezaubern von Ihnen heute, Nüchse, dass Sie sich zu uns runterführen. Wir danken Ihnen unisono für den glänzenden Einfall auf uns gefallen zu sein. Gestatten Sie aus dem feuchtfröhlichen Anlass für Nütze, Waltersheim, Kreisgerichtspreis. Freut mich, Herr Präsident! Können Sie, dass auch ich mich Ihnen nun vorstelle? Herr Präsident! 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 Gut, schon bin ich ja. Wohl, wohl. Sehr gut. Wohl, wohl. Ja, liebe Frau, Sie sind hier. Das ist aber eine liebe Überraschung. Oh, jetzt erkenne ich Sie erst. Herr Landesgerichter Bachmeier, nicht wahr? Wohl, wohl. Ist das aber ein Zufall. Das kann man sagen. Das ist wirklich ein zufälliger Zufall. Das wird jetzt beinahe nicht erkannt. So fesch sehen Sie aus. Und zehn Jahre jünger, stimmt's? Ja. Nee, die Frau schaut auch ganz anders aus als wie damals im Amt. So im Strandanzug hätte ich auch schwerlich vor dem gestrengen Herrn Landesgerichtsrat erscheinen dürfen. Obwohl, es wäre eine ganz nette Abwechslung gewesen. So. Na, liebe Frau, bitte. Sie schauen wirklich himmlisch aus. So vergnügt. Wirklich? Ach, dabei habe ich mich heute schon so geärgert. Ja, warum denn? Es gibt Männer, die unverschämt werden. Wenn Sie einer schutzlosen Frau gegenüberstehen. Ja, wieso? Hat sich jemand erlaubt? Ja. Ein gewisser Herr Ebeseder. Ebeseder? Bitte. Vorname, Alter, Beruf, Vorstrafen? Ach so, bitte. Bitte. Ich stelle den Mann so hart zur Rede. Und ich schnauze ihm an, dass er daran denken wird. Ja, das wäre reizend von Ihnen, Herr Ratsch. Ich danke Ihnen. Wie schön wäre es, wenn Sie längere Zeit hier blieben. Ich bliebe ja. Ich bleibe. Na also, dann werden wir uns ja hoffentlich oft wiedersehen. Bitte, Eva. So oft Sie wünschen. Verzeihung, ich muss nämlich jetzt auf die Post. Ich habe mir da 400 Schilling telegrafisch anweisen lassen. Ich bin ein bisschen, damit ich nicht die Verlegenheit komme. Also jetzt, ich schaue, ich habe das Geld schon eingetroffen. Also, lieber Herr Ratsch, auf Wiedersehen. Kischen. Kischen, Eva. Kischen. Ah, Sie sind ja parfümiert. Ja, Chanel Nummer 5. Diese Männer, diese Männer. Na, schönste aller Stuhwitwen. Das ist aber nicht nett von Ihnen, dass Sie sich über mich beschwert haben. Frau Scherzer hat mir bereits mit Ihrem Herrn Gemahlin Teplowicz gedroht. Ich zittere jetzt schon am ganzen Körper. Sie sind schon wieder unverschämt. Gehen Sie mir aus dem Bett. Herr Gnädigste. Wollen Sie mich endlich in Ruhe lassen? Nein, so leicht gibt sich ein Eviseter nicht geschlagen. Lassen Sie mich sofort los. Ach, machen Sie doch keine solchen Geschichten. Herr, was erlauben Sie sich? Oho. Deine Frechheit, sondern gleich, meine Dame so zu belästigen. Na, mischen Sie sich die Fremde angelegenheit. Sie haben die Dame belästigt, sonst geht sie gar nichts an. Höchstens den Garten, dieser Dame. Wer bin ich? Nein, ist das aber eine liebe Überraschung. Der Herr Gemahlin. Ja, das ist Frau Scherzer, unsere liebe Pensionsmama. Angenehm. Sie bleiben jetzt natürlich längere Zeit bei Ihren, Frau Gemahlin. Nein, sehr schön. Bitte, ich möchte erst zu Protokoll. Na, Hauptsache, dass Sie da sind. Leider habe ich gerade nichts Passendes frei. Ich meine ein Zimmer mit zwei Betten. Aber Ihr Zimmernachbar, der Herr Ebiseder, wird einfach delogiert. Sie verdienen ohne diese kleine Strafe. Sie räumen Nummer zwei und kommen auf Nummer sechs. Dann haben die Herrschaften wenigstens zwei nebeneinander liege in das Zimmer. Nein, bitte, ich wünsche sich nicht. Gebt mir mal die Medizettel her. Passen Sie auf, der Herr Ebiseder, der übersiedelt von Nummer zwei auf Nummer sechs. Wohl, wohl. Und auf Nummer zwei, da kommt der Herr von Seewald. Wohl, wohl. Das ist ja eine schreckliche Situation. Man kann doch die Leute unmöglich in den Glauben lassen, dass ich... Sie müssen unbezüglich... Du musst. Sie müssen du zu mir sagen. Ich habe mir gestartet, Ihren Medizettel auszufüllen, Herr von Seewald. Nur Ihr Vorname fehlt noch. Leopold. Aber Fritz, mach doch keine Witze. Ich nenne nämlich öfter zum Spaß Leopold. Aber Fritz, das ist dein richtiger Vorname, nicht wahr? Ihr Alter, bitte. 56. Vorreiber. So, darf ich jetzt um Ihre Unterschrift bitten? Muss denn das sein? Natürlich, wegen der Behörde. Doch, darf ich schon die Behörde holen. Entschuldigen Sie einen Augenblick. Ich kann doch unmöglich den Medizettel unterschreiben, dass ich eine Falschmeldung, Paragraf 320. Mein Gott, Sie können mich doch jetzt nicht blamieren. Ach, gut, können wir das an... Nun, haben Sie schon unterschrieben, Herr von Seewald? Bitte. Danke. Darf ich Ihnen jetzt Ihr Zimmer zeigen? Ach, mir ist schon... Ich bin nicht neugierig. Aber es wäre schon besser, damit ich sehe, ob es Ihnen auch recht ist. Aber mir ist alles recht. Also, bitteschön. Na komm, Liebling. Na, was machst du denn für ein Gesicht? Na? Ach, wie zäh hat mich der Herr gemalt. So, Herr von Seewald, Ihr Zimmer ist schon frei. Da wohnen Sie gleich neben der Gegendfrau. Gefällt es Ihnen? Ja. Dann wünsche ich Ihnen recht gute Aufenthalte. Danke, danke. Hier gefällt, lassen Sie sich in den Kirchhaus schieben. Ja. Florian! Hören Sie mal zu, den Meldetitel vom Herrn von Seewald. Den tragen Sie mir gleich hinüber aufs Gemeindeamt. Und nachher kommen Sie zu mir in die Kanzlei. Die Meldetitel aufs Gemeindeamt, ja. Den Kufel von Nummer zwei, den will ich noch hören. Diese Pensionsmutter, die hat mir da was eingekocht. Sie ist jung. Das tut mir nicht wahr. Nur fort, nur fort. Ach, schade, Papst, dass du heute nicht im Strand warst. Heute wäre sie mit. Was? Oh je. Was hast du denn? Nichts, gar nichts. Ja, Herr von Seewald, die Gebäck ist immer noch herunter. So eine Schlammerei. Der Florian wird das sofort hinaufbringen. Darf ich die Herrschaften gleich miteinander bekannt machen? Ja, aber das ist doch... Herr von Seewald, Textilfabrikant aus Teplowicz, der soeben angekommen ist. Hab ich Sie nicht schon gestern gesehen? Nein, das ist nicht möglich. Ich bin ja erst den Moment gekommen. Ich bin ja jetzt weitergekommen. Würdige Ähnlichkeit. Stopp. Stopp. Ich bin ja gleich. Herr Kreisgerichtspräsident von Waltersheim. Ja. Ich bin Respekt für den Kreisgerichtspräsidenten. Sie kennen mich? Nein. Patistans. Patistans. Faut mich jedenfalls sehr. Hier meine Tochter Lilli. Kennen Sie vielleicht meine Tochter schon aus Wien? Nein, ich kenne sie nicht. Kennst du? Ich bin ja Teplowicz. Teplowicz bin ich. Kennst du Herrn Seewald schon von früher? Ich kann mich nicht erinnern. Bitte um Entschuldigung. Ich muss mich jetzt umkleidend gehen. Bitte auch mich zu entschuldigen. Ich bitte mir auch den Stab. Den Reisestab von dem. Ja, aber Herr von Seewald, Sie werden doch nicht selbst. Das wird sofort hinaufgebracht. Da ist ja schon der Florian. Also Florian, rasch das Gebäck auf Nummer zwei. Das geht doch nicht. Ich muss nicht loslegen. Wui, wui. Ah, meine verehrteste, gnädige Frau. Grüß Gott, Herr Präsident. Gut, dass Sie kommen. Ich wollte gerade Ihren Herrn Gemahl bitten, dass Sie beide heute Mittag meine Gäste sind. Gerne, Herr Präsident. Ich hatte allerdings eben mit meinem Mann gesprochen, dass wir heute, nicht wahr, Liebling? Ja? Ja, wir wollten doch heute Mittag und Nachmittag mit dem Meier aus Teplowitz. Ja, Liebling, mit dem Teplowitzer Meier wollten. Meier aus Teplowitz. Sagen Sie, ist das der Generaldirektor Meier von der Juttefabrik? Ja, der Jutte Meier. Der General, der ist ein sehr guter Freund von mir, von uns. Sehr guter Freund. So, so, Sie sind befreundet. Sehr, ein Du-Freund. So, so, den habe ich vergangenes Jahr zu acht Monaten Kerker verurteilt. Wegen betrügerischer Kriter. Ah, § 205a. Ja, Hans, der hat seine acht Monate bekommen. Ach, Mann. Ja, darum habe ich mich so lange schon nicht gesehen. Was sagst du zu dem Meier? Ja, wir müssen jetzt wirklich gehen. Wir müssen jetzt... Wir machen nämlich einen Nachmittagsausflug auf den See. Sie machen, machen wir ihn ohne Meier. Speisen wir ihn mal ein andermal zusammen. Wenn Sie mir gestatten, werde ich Sie zum See begleiten. Ja, gerne, Herr Vorsitzender. Ja, sagst du, der Meier, ich bin baff. Ich verkehre mit dem Mann nicht mehr. Ich verkehre nicht mehr. Hallo, Sie. Hier wohnt doch Frau Seewald. Wohl, wohl. Welches ist Ihr Zimmer? Im ersten Stock, Nummer 1. Ist die GFV oben? Nein, sie hat einen Ausflug gemacht. So. Sagen Sie, das Zimmer neben Nummer 1, vermutlich Nummer 2, ist das besetzt? Wohl, wohl. Schade. Kann man da nicht einen kleinen Zimmertausch vornehmen? Wer wohnt denn auf Nummer 2? Der Herr von Seewald. Das ist ja herrlich. Schon reserviert. Reinste Gedankenübertragung. Glauben Sie an Telepathie? Wohl, wohl. Die Bus ist aber jetzt zu gesperrt. Hier ist der Gebäckschein von der Bahn. Und meinen Koffer können Sie gleich auf Nummer 2 bringen. Das gehe nicht. Das Gebäck von Herrn Seewald ist schon drin. Aber der Herr Seewald bin doch ich. Oh nein. Der Herr von Seewald ist ja schon früher gekommen. Das weiß ich nicht. Bin ich es oder bin ich es nicht? Nein, Sie sind es nicht. Der andere ist es. Geben Sie acht, Sie fahren dann das Boot. Ausgeschlossen. Das kann mir nicht passieren. Na, hä, abpassen. Wohl, was habe ich noch hier? Können Sie mich rahmen? Erwe, Erwe. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie so ein Sportler sind. Ja, ja. Ich war ja schon in jungen Jahren ein leidenschaftlicher Radfahrer. Der Motorrad, mein Freund hat der Motorrad und am Sozius sehr spätig. Sie steigen immer mehr in meine Achtung. Mir ponieren sportliche Männer. Schwimmen können Sie natürlich auch. Ja. Ja, das ist fein. Da müssen wir morgen gleich in den See hinausschwimmen. Morgen? Morgen schon? Ja, ganz weit hinaus. Nein, nein, nicht weit. Man ist ja doch nicht der Jüngste. Und die lieben wir im Seichten. Aber bitte, liebe Frau, für Sie mache ich alles. Na, Herr Rath, mir scheint Sie denn ein verkappter Don Juan. Ja, aber nur bei Ihnen. Für mich waren die Frauen bisher das rote Tuch. Aber seit ich Sie kenne, kenne ich mich selbst nicht mehr. Sie kennen Herrn Seewald? Wohl, wohl. Das ist ja der Mann von der Frau Seewald. Ach, idiot. Das hat der Herr Seewald auch zu mir gesagt. Ja, Fritz, du bist hier. Grüß dich. Darf ich vorstellen, mein Freund Fritz Seewald? Meine zukünftige Gattin Lili Waltersheim. Freut mich. Sag, bist du eben erst angekommen? Ja, das heißt, laut Gästebuch bin ich längst schon da und wohne auf Nummer 2 neben meiner Frau. Ich verstehe die ganze Geschichte eigentlich nicht. Aber ich verstehe. Der Herr Landesgerichtshof Bachmeier. Der ist hier. Jawohl. Und jetzt fallen Sie bitte ja nicht um. Der wohnt auf Nummer 2 als Herr Seewald. Das ist doch nicht möglich. Oh ja. Beim Herrn Rath Leopold Bachmeier ist alles möglich. Genau, warte, der soll mich kennenlernen. Ist Gott, meine Herr Schatzky? Ich bin die Frau, ein neuer Gast. Sehr erfreut. Sie können gleich Nummer 8 beziehen. Bitte, wollen Sie den Meldetippel ausfüllen? Bitte schön. Jetzt gib er mal 8. Landesgerichtsrat Leopold Bachmeier. Schau, schau. Unser Zusammentreffen hier in Felden war also doch kein Zufall. Da sieht man wieder, ein Mann wie der andere. Guten Abend, Sie. Hier ist es, ich bin. Hallo, Herr Lein. Was denn? Na, ich hab glaubt, ich bin der Schopper. Ich muss allerdings feststellen, Sie haben sich mir gegenüber sehr richtig genommen. Bisschen. Ach so. Jo. Die Folgen habe ich allerdings nicht voraussehen können. Sind doch nicht so schön. Aber jetzt müssen Sie allerdings Ihre Rolle als meinen Mann weiterspielen, verstehen Sie? Wieso? Sie müssen mir ab und zu die Hand küssen. Sie müssen Mausi zu mir sagen. Mausi. Jetzt ist doch niemand da. Ja, das ist ja das Schöne. Na, 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 na. Schöne. 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 Ja, natürlich, das ist ja das Schönel. Kennen Sie das Lied? Nein. Schönel? Ja. Was ist das, ein Schönerl? 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 Bisschen nicht, dass Sie erklären. Das ist, äh, ein Potscherl. So ein Dummerl, ne? So ein naives Dinglel halt. Ach, das ist schöne. Das ist ja immer, im Radio hören wir das immer an. So ist es hergehört. Und wenn ich so auf die Nacht immer so allein zu Hause sitze. Warum sitzen Sie immer allein zu Hause? Weil ich heute nicht gern rausgehe. Warum gehen Sie nicht gern raus? Weil ich heute gern zu Hause geht. Du bist nur ein kleines Schopper. Sei doch nur ein bisschen gescheit. Lieb ich, dass Sie werden... Du bist ja noch so jung. Hast doch nie geküsst. So weißt du auch noch nicht, wie schön die Liebe ist. Ja, du bist nur ein kleines Schopper. Denk dir her zum Heil des Neufels. Um jeden Kuss ist schade. Drum sei doch nicht zu fahr. Geht Schopper noch. Seid schön. Jetzt kommt es ein bisschen gewagt. Der Weg ins Paradies ist Zucker, Zucker süß. Geht Schopper. Seid schön. Das schade mejor, wenn du dich bist und so化. Die Frau, bitte singen Sie uns ein bisschen mit. Du weißt doch noch nicht. Wie schön du liebst dir. Heute ist es mir sehr glücklich. Es ist mein schönster Tag seit der Führung. So weit weiter. Nein, ich glaube, wir müssen jetzt gehen. Danke. Tschüss. So nachdenklich. Also, andiamo. Die Mutter, die Frau hier. Die Mutter, die Frau hier. Schönen Sie mich. Guten Tag. Guten Tag. Es ist eh traurig, wenn man seine Frau nicht mal 24 Stunden allein lassen kann. Aber er hat sich doch nur als mein Mann ausgegeben, um mich vor Zudringlichkeiten zu schützen. Sehr schön, von einem Landesgerichtsrat aus Galandrie eine Falschmeldung zu begehen. Immerhin ist er der nachgereist, der verliebte Kater. Und jetzt zappelt er im Netz. Und ich, ich lass ihn zappeln. Ach, Fritz. Liebling. Ich bitte dich, reisen wir ab. Meinetwegen nach Töpflowitz. Ausgeschlossen. Mir gefällt es plötzlich großartig hier. Aber es kann doch nicht so weitergehen. Man wird Bachmeier für meinen Mann halten und dich für meine Geliebten. Es ist mir bedeutend lieber, man bedauert ihn und beneidet mich, als dass man mich bedauern und ihn beneiden würde. So, morgen. Wollen Sie Schwimmunterricht nehmen? Ja, sind Sie der Schwimmmeister? Ja, gar keine Spur. Grasch, hab ich bei dem Matthias Linz. Oh, ja. Warum wollen Sie denn so zeitlich in der Frühschule schwimmen lernen? Ja, mir ist lieber, wenn einem die Leute nicht zuschauen, wissen Sie. Und dann, ich möchte schon bis Mittag kennen. Ist das möglich? Nein, jetzt ist der Schwimmmeister ein Tiermann. Sie wollen nicht lernen. Das sind neun, zwei Stunden. Schwimmen Sie wie ein alter Hecht. Höf Gott, dass ich weiß. Na, kommen Sie, probieren, wenn Sie gehen können. Ja, probieren wir mal. Eins und zwei. Eins und zwei. Eins und zwei. Eins und zwei. Eins und zwei und. Aufhören, aufhören. Sie müssen entschuldigen. Ich bin nämlich ein bissl verkühlt. Ähm, Sie, Sie hätten ihn auch eine andere Zeit. Ähm, Sie! Sie, wir würden den Stupf aussucken können. Ähm, Sie, wie sind mehr? Aussteigen lassen, aussteigen lassen. Aber Sie können ja gar nicht schwimmen. Das hab ich auch nicht behauptet. Warum haben Sie mich dann angetragen? Ich hätte nur Theoretiker. Theoretiker. Aber mit dem bissl Wasser was geschluckt. Na, ein schönes bissl. In halbarten See, mein Lieber. Ich hätte mal einen Schlupfenwahn an. Das wird so schnell. Oh, meine Frau, bitte nehmen Sie doch hier Platz, bitte. Morgen, Frau von Seewald. Guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Dankeschön. Wollen Sie vielleicht hier Platz nehmen, meine Frau? Ja. Guten Morgen. Oh, guten Morgen, meine Frau. Wird uns ein besonderes Vergnügen sein. Guten Morgen. Oh, Frau von Seewald, na, so eine angenehme Überraschung. Die auch hier entfällt? Ja, ich bin seit kurzer Zeit hier. Na, wie steht denn das Wertebefinden? Der Herr Gemahl auch hier? Ja, gewiss. Gestatten Sie, Herr Kreisgerichtspräsident, Herr... Bachmeier, Landesgerichtsrat Bachmeier. Sag, bitte wollen Sie nicht Platz nehmen, Herr Kollege. Noch immer allein, noch immer Junggeselle, Herr Landesgerichtsrat. Bedauerlicherweise, ja. So jung und schon Landesgerichtsrat. Ja, man arbeitet und strebt. Da wäre ein Mann für dich. Sie sind also noch ledig, Herr Kollege. Ganz ledig, Herr Kollege. Man rettet sich auch so ganz gut durch. Na, und haben Sie noch nie daran gedacht, sich zu verheiraten? Bei diesen Zeiten? Nein. Nein. Ich warte, bis ich Oberlandesgerichtsrat bin. Das ist die große Partie für dich, Lilly. Darf ich mich zurückziehen? Wir sehen uns ja da noch im Bad, nicht wahr? Nein! Nein, aber nein! Nein! Aber geht's doch nicht! Lass mich doch auch! Bitte... Wer da behaut meinen Hut? Zieh mir doch den Hut her! Soll ich das ein neuer Hut? Kinder, schaut sich so was an, wie der jetzt anstrahlt! Ich bin unglaublich! Aber... Da was Kindisches im ganzen Hut haben Sie mir verboten. Guten Morgen, Herr von Zillwey! Sie scheinen ja hier bereits daheim im Vorbe zu sein. Aber... Ja! Und man hat vorhin am Strand davon gesprochen, dass ein gewisser Landesgerichtsrat Bachmeier soeben angekommen sei. Und der neu angekommene Rat Bachmeier wohnt eben auf Nummer 8. Der Teplowitzer? Ihre Gattin wohnt doch auf Nummer 1, nicht wahr? Schauen Sie, Fräulein! Reden Sie nicht so daher! Sie wissen sehr gut, dass ich keine Frau hab! Und im Übrigen möchte ich Sie bitten, sich daran zu halten, wie wir es besprochen haben! Ach, Sie meinen, dass wir uns nicht mehr kennen? Ja! Aber mit Vergnügen, Herr Rath! Oh, Verzeihung, Herr Unbekannter! Eben! Unangenehm! Guten Morgen, Herr von Zillwey! Guten Morgen! Na, Sie haben doch gesagt, Sie fahren nach Deppelowitz. Jetzt sind Sie doch gekommen! Na, warum denn nicht? Ja, warum? Wie können Sie sich überhaupt erlauben, als Landesgerichtsrat Bachmeier auszugehen? Das ist eine Frechheit! Das sagen Sie? Ja! Sie haben doch zuerst eine Falschmeldung begangen! Paragraf 346! Paragraf 320! Zitieren Sie nicht immer falsch! Ich bin ja auch erst ganz kurze Zeit Landesgerichtsrat! Also, muss ich nur sagen, ich hab Sie, man hat Sie nicht hier erwartet! Das kann ich mir liebhaft vorstellen! Ich geh ja auch schon! Ihre Frau Gemahlin erwartet mich nämlich mit Ungeduld! Wiedersehen, Herr von Zillweyld! Der hat mir nur gefällt! Ich sagte, er fährt nach Deppelowitz, dann taucht er ein Fahne mit der Autoha! Ich habe da eine telegrafische Anweisung auf 400 Schilling für den Herrn Landesgerichtsrat Bachmeier! Ja! Bin ich! Bachmeier! Bitte gilt mir das gleich! Ja, aber ich kenn das denn jetzt! Was? Haben Sie vielleicht ein Dokument? Ja, hab ich auch! Ach doch! Wo hab ich denn? Hm? Da hab ich denn die Brieflöschen! Ich muss wahrscheinlich bei einer raufschupfen! Aber schauen Sie, was brauch ich denn ein Dokument, wenn ich Ihnen sage, ich bin der Landesgerichtsrat Bachmeier und Pastor! Ja, von der Pastor hab ich nichts! Es ist Vorschrift! Gehen Sie, kommen Sie mal her! Ja, bitte! Sagen Sie den Herrn, wer ich bin! Das ist der Herr von Zillweyld! Ah, Herr Zillweyld! Nein, nein! Schatz, was weiß denn der Mensch, der ist doch beschränkt! Das Geld ist für mich bestimmt! Können Sie mir ganz raus! Ja, da muss sich jemand akkustieren! Das ist so ein bisschen, lieber Zillweyld! Sie müssen mir doch helfen! Sie wünschen, mein Herr! Sagen Sie den Herrn, wer ich bin! Ich kenne Sie nicht! Hä? Sie so, Himmel, fix doch einmal! So, geben Sie doch endlich das Geld her! Hey! Schreien Sie nicht mit mir! Ich bin im Dienst! Wieso, bitte! Ich hab doch nicht geschrien! Schauen Sie, Herr Briefträger! Machen wir die Sache so! Nehmen Sie 10 Schilling für Ihre Bemühungen! Ja, Herr, ja, wissen Sie, was das ist? Das ist ein Ding! Das ist eine Verleitung zum Missbrauch der Amtsgewalt! Falsch! Falsch! Das Verleitung zur Geschenkannahme in Amtshagen, § 504! Sie Idiot! Sie, was, haben Sie gesagt? Idiot? Ja, was fragst du denn, wenn Sie so gehört haben, hä? Sie, ich mach, ich bin kein gewöhnlicher Idiot! Ja, tut's mir nicht so umeinander! Meine Amtspersonen verstanden ist! Ja, ja, ja! Ich hab meine Amtsbeerbereitung! Zeig es an! Zeig es an! Zeig es an! Zeig es an! Und salutieren Sie uns, gehen Sie! Da ist der Landesgerichtserrat Bachmeier! Ja! Ja, ja, Herr Landesgerichtserrat, hier hab ich 400 Schill! Dieser Herr hat das wohl nur lachen! Lachen! Geht retour! Ich brauche das Geld nicht mehr! Hier haben Sie ein paar Zigaretten! Oh, danke, Herr Landesgerichtserrat! Sie können ihn nicht freuen! Ja, ja! Gehen Sie, gehen Sie! Das ist unmöglich! Ich muss das Geld unbedingt haben! Pardon! Ich kann doch über mein Geld disponieren wie ich will! Ich brauche es nicht mehr! Ich brauche es! Ich kann ja sonst nicht wegfahren! Tut mir leid! Ach, mein Lieber! Ich bitte dich, Fritz! Mach doch dieser Sache ein Ende! Spiel mir doch lieber ein kleines Bock an, meine Herren! Das ist eine Idee! Sie spielen doch mit, Herr Seewald! Nein, nein! Erstens habe ich keine Zeit und zweitens ist Herr Poker-Hassad! Paragraf 522! Ach, was Paragraf! Herr Eppis, ich würde Ihnen raten, ein wenig schlafen zu gehen! Wozu denn? Ich habe schon 36 Stunden nicht geschlafen! Also los, spielen wir! Sie spielen doch mit! Ich habe noch nie gepokert! Was? Höchstens einmal gekiebt! Aber in fünf Minuten haben Sie es gelernt! Darf man auch ein bisschen kiewitzen, meine Herren? Fachmeier ist mein Name! Bartstück! Bruder Sam! Ewe Seewald! Sie sind der Herr von Nummer 8! Ja, warum? Was meinen Sie denn? Ach, nichts! Gar nichts! Also wollen wir spielen, meine Herren? Bitte? Bitte! Spielen Sie nicht mit, Herr Seewald! Nein! Ja, was ist denn? Fehlt Ihnen was? Ja! Entschuldigen Sie sich nicht, Frau! Aber ich muss nur meinen Koffer packen! Oh, Gottes willen! Wollen Sie fort? Ja, ja! Ich muss fort! Ich werde versuchen mit euch! In einer Viertelstunde geht der Zug! Ja, aber mein Gott! Wissen Sie nicht, dass Ihre Abreise mich in der ärgsten Weise kompromittieren muss? Ja, aber schauen Sie sich nicht, Frau! Ich weiß nicht, dass ich bis jetzt bei jedem Schritt einen Paragrafen übertritt! Bis jetzt habe ich ja schon drei Jahre und sechs Monate beisammen, nicht? Ich muss fort! Ich muss fort! Ausgerechnet jetzt! Haben Sie nicht gemerkt? Diese niedertüchtigen Blicke des Herrn Ebeseeder? Ach, das ist ein Mensch, das ist ja so ein... Sie können mich jetzt nicht im Stich lassen, Herr Rath! Wenn ich Sie bitte zu bleiben, dann bleiben Sie! Schauen Sie gehen! Ja? Auch nicht mehr zuliebe? Na? Nein! Schaut mal! Frau, bitte geben Sie mir 1000 Schillen aus meinem Depot! Ja, ja, sofort! Was sagen Sie zu mir? So ein Pech! 300 Schillen zu verlieren, wissen Sie an wen? Und Professor Botesan diesen Batsack, den ich das Kartenspiel beigebracht habe! Prost! Wer hat 300 Schillen gewonnen? 300 Schillen von mir und 200 Schillen von Ebeseeder! So! Da sind Ihre 1000 Schillen! Ja, richtig! Ihr Chauffeur ist vorhin da gewesen, er hat das Auto rückwärts in sein Haus hingestellt! Der Schlüssel steckt, lasst er da! Ja, ja, ist schon gut! Der hat heute freien Tag! Dieser Botesan, das ist... Ist die Frau Scherze da? Nein, die ist gerade weggegangen! Ach, Herr von Semmel, dann sind Sie vielleicht so liebenswürdig! Entschuldigen Sie mich, meine Frau, und übernehmen mir einstweilen diese 300 Schillinge! Ja, was mache ich damit? Was soll ich denn? Ja, ja, ich möchte es nicht gerne bei mir tragen, aus Angst, dass ich es vielleicht wieder verlieren könnte da drinnen! Darum bitte ich Sie, heben Sie mir das einstweilen auf! Bitte schön! Ich habe nämlich noch 200 Schillinge gewonnen! Mit denen spiele ich jetzt weiter! Die riskiere ich! Wollen wir nicht auch ein bisschen mitpokern? Ja, ich kann ja gar nicht pokern! Das macht doch nicht! Das lernt man in fünf Minuten! Der hat schon drei Minuten gewonnen! Bitte! Und hat ja 500 Schillinge gewonnen! Na also, umso besser! Kommen Sie, gehen Sie! Wir gewinnen bestimmt! Ja? Vielleicht sehen Sie mir mal gut! Ich habe soeben telefonisch mit dem Justizminister in Mien über den Landesgerichtsrat Bachmeier gesprochen! Du weißt doch, der Minister ist ein ehemaliger Schulkamerad von mir! Aber so lässt er doch erklären! Also, ich versuche, dich zum letzten Mal deinen Widerspruch aufzugeben, ja? Kurz! Der Minister hat mir versprochen, sich gleich über Bachmeier Bericht geben zu lassen und im Falle einer günstigen Erledigung seine Ernennung zum Oberlandesgerichtsrat zu gesagt! Aus ist! Aus ist! Ach, wenn ich nur eine gespielt hätte! Wenn ich nur eine gespielt hätte! Was war's denn für ein Geschrei, wenn die lumpigen 300 Schillinge... Aber was reden Sie denn? Was wissen denn Sie, was das für 300 Schillinge waren, die mir der Herr da abgenommen hat? Na, aber machen Sie nicht so einen Wirbel! Fängt ein bisschen Geld! Und überhaupt, das Spiel gilt nichts, weil Sie betrunken sind! Geben Sie sofort das ganze Geld wieder zurück! So besoffen bin ich wieder nicht! Schenken Sie mir nicht immer ein, ich vertraue ja nicht so viel! Aber ja! Aber nein, ich bin periodischer Abstinenzler! Das ist jetzt gemogelt heute, gemogelt wie ein Raubritter! Das lass ich mir nicht bieten! Aber ich bitte! Sie gehemmter Casanova! Eine Unverschämtheit! Herr Eberse, da machen Sie keinen Skandal! Sie mischen sich überhaupt nicht rein! Sie und der Herr Seewald sollten lieber vor Ihrer eigenen Tür kehren! Bei der Türe geht Sie gar nichts an! Und überhaupt sind Sie nicht frech! Sie wissen nicht, wer ich bin! Oh doch! Ein gehörnter Siegfried sehen Sie, ein trauriger Männelaus! Ein Hirsch! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin ein Hirsch, Sie Herr! Was wollt Sie damit sagen? Darüber könnte Ihnen der Herr von Zimmer Nummer 8, der Herr Rath Bachmeier, besser Auskunft geben! Ohne Ihre Frau Gemahlin! So eine Impertinenz! Ich geh' auf Sie! Pardon, es betrifft aber in erster Linie Ihre Frau! Jawohl mich! Diese beleidigende Verdächtigung dürfen... Darfst du nicht ruhig hinnehmen! Dieser Herr muss Ihnen Genugtuung geben! Jawohl! Vollste Genugtuung! Sie werden wieder auf der Stelle entschuldigen! Ah, so billig machen wir's dem Herrn nicht! Hier ist der beleidigte Ehegatte müssen diesen Herrn unbedingt zum Duell fordern! D... Duell? Ja, gar nicht... Ach du... Aber mein Herr, vielleicht lässt Sie die ganze Sache doch noch in Güte ordnen! Ausgeschlossen! Ein Duell ist unvermeidlich! Wer sind Ihre Zeugen? Hier wird keine vorgelohnt! Na, ich meine Sekundanten! Selbstverständlich stehe ich Ihnen zur Verfügung! Vielleicht mit Herrn Krautstoffel! Das wird mein Vergnügen sein! Mir nicht! Aber Herr Landesgerichtsrat, wir können doch heutzutage kein Duell! So etwas gibt es doch gar nicht mehr! Aber Herr Professor, es handelt sich doch nur um einen Spaß! Machen Sie ruhig mit! Herr Professor Podersam sekundiert Herrn Ibeseder! Ja, nicht gern, aber wenn es sein muss! Es fehlt noch ein zweiter Zeuge! Stimmt! Zweiter Zeuge! Fehlte Sache muss vertagt werden! Der Mann soll sich entschuldigen! Nein! Das Duell muss auf der Stelle ausgetragen werden! Bitte schön, ist der Kreisrichtungspräsident da? Nein, aber bleiben Sie hier! Sie werden Herrn Ibeseder sekundieren, ja? Wohl, wohl! Was soll ich? Das werden Sie alles erfahren! Bringen Sie nach dem kleinen Wäldchen hinter der Pension sofort eine tragbare und Verbandszeug, ja? Wohl, wohl! Ich schwebsturm! Noch nicht! Tun Sie, was ich gesagt habe, ja? Wohl, 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 wohl! Es fehlen aber die Waffen! Schlamperei! Es sind ja keine Waffen da! Ich werde schon Waffen auftreiben! Endlich einmal eine Aufwechslung in diesem Haus! Eintäure! Ich gebe meine Jagd an zu Gazi! Ich muss mich sofort im Konversationslexikon über die Vorgänge bei einem Zweikampf informieren! Ja, sehr richtig, Herr Professor! Schauen Sie mir genau nach, damit wir nichts vergessen! Liebe Frau! Was ist das? Ich habe eine Bitte! Hätten Sie zwei Pistolen? Ja, um Gottes willen wollen Sie wen umbringen? Nein, nein, es handelt sich nur um einen Scherz! Ja, ich habe schon noch Pistolen aus der Zeit, wo ich die Schützenlisle gesungen habe in St. Pönt! Ah, dann wunderbar, also bitte her damit! Ja, dann kommen Sie gleich mit! Also, meine Herren, los, 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 los! Meine Herren, bitte sofort auf die Plätze und keine Müdigkeit vorschützen! Wo ist denn der Herr Krautstoffe? Ja, der ist einen Moment auf sein Zimmer gegangen! Der will nämlich bei der Schießerei unbedingt seinen Jagdanzug anhaben! Nein, er soll sich beeilen und ich komme mit dem Wasser sofort! Also doch, dann los, dann los! Auf in den Kampf! Hooray! Das muss mir passieren! Das ist ja schrecklich! Bitte! Freulein! Ach, Sie schicken! Ja, der liebe Himmel! Was ist denn los? Sollen Sie, bitte, wo ist denn der Doktor Hofstetten? Ihr Bräutigam? Nicht so laut! Papa weiß ja noch gar nichts von Hofstetten! Und er darf auch nichts davon erfahren! Es gäbe einen riesigen Misskandal! Bitte, bitte! Bitte, bitte! Aber bitte, Freulein! Dann müssen Sie so lieb sein! Und müssen Sie immer 300 Schilling buchen! Ich? Unmöglich! Ich habe doch kein Geld! Ich brauche es aber! Ich muss es aber haben, Freulein! Aber das ganze Geld hat doch Papa! Nehmen Sie es aus der Brieftaschen! Was? Das ist doch... Ja, ich weiß, Freulein, zum Familiendiebstahl! Paragraph 460! Aber ich weiß ja nicht, was ich machen soll! Ich bin in furchtbarer Verlegenheit! Ja, aber ich habe auch kein Geld! Ich kann Ihnen wirklich nicht helfen! Muss bitte! Ja, bitte! Wenn Sie mir das Geld noch binnen 10 Minuten geben! So! Ich werde wohl nicht sagen, das ist übrig! Dann muss ich halt dem Papa sagen, dass ich ein Techtelmechtel mit dem Doktor Hofstetten machen! Aber Herr Rath! Das ist doch... Das ist doch gefährliche Drohung! Falsch! Falsch! Das ist ja Pressung! Paragraph 98! Ach Kinder! Ich weiß ja nicht mehr, was ich tun soll! Ich weiß nicht mehr, was ich... Aber sind Sie doch nicht so nervös! Ja, na bitte! Sind Sie nicht böse! Es ist nur momentan! Es ist immer nervös! Es gibt halt Situationen, in welcher der anständigste Mensch zum Verbrecher wird! Ja, ja! So müssen Sie entschuldigen! Aber bitte entschuldigen Sie! Ich muss jetzt gehen! Kinder! Ich komme immer tiefer hinein! Ja, da ist alles drin! Die Waffe und auch die Munition! Dankeschön! Ich hatte alles! Ich hatte alles! Kommen Sie! Wir müssen jetzt gehen! Wir müssen gehen! Der Kerl ist in den Stadt und schießt mich tot! Aber Sie schießen ganz einfach in die Luft! Was haben Sie gesagt? Mir sagen Sie, dass Ihm es ist! Sie sagen, er soll in die Luft schießen! Ah, Florian! Herr Schlott! Was sagt, ich habe hier ein Telegram für den Herrn Bachmeier! Ja, da ist er ja gerade! Hm! Gibt es keine Ahnung! Ja, will der See oder der See! Herr Landesgericht hat bitte schon ein Telegram! Angezeigt sind Sie schon! Ja, ja, ja! Und alles andere wird sich finden! Es ist ja unerherzig! Ja, ja! Diese Beleidigung! Florian, was sagst du? Ein Briefdrager so angreifen! Ja! Wohl, wohl, wohl! Aber ich habe keine Zeit! Für die Grund! Meine Liebes, Frau Orang! Für die Grund! Das ist mir aber unangenehm! Was ist denn? Oh, nichts! Na, ich soll sofort nach Wien kommen! Zum Justizminister! Zum Justizminister? Was will er denn? Was will er denn? Bagatelle! Ich fahr gar nicht hin! Na, das ist die Tüffeln! Man muss ja unbedingt hinfahren! Wann geht denn der nächste Zug? Sie können jetzt nicht ausreißen! Das Duell! Das Duell! Das ist sehr schön von Ihnen, dass Sie für eine Dame Ihr Leben riskieren! Ja, da habe ich was davon! Ich bin fertig! Geh mal, meine Herren! Hallo! Was? Vergessen Sie ja nicht in die Luft zu schießen! Na, ich müssen Sie das auch! Sonst schießen Sie in die Luft und ich bin dann der Tupferl! Bei Pistolenforderungen bleiben die Duellanten auf den abgemessenen Endpunkten stehen und schießen gleichzeitig auf das Kommando fertig los des Unterteichen! Na, selbstverständlich werden Sie doch so wie Ihr Gegner in die Luft schießen! Schon gut! Ah, dann ist es! Ach, da kommen Sie ja schon! So, meine Herren! Hier sind wir bereits! Ich habe alles mitgebracht! Hier sind die Wappen, sind bereits geladen! Einmaliger Kugelwechsel! Vorsicht, meine Herren! Nicht oben! Nicht oben! Jetzt habe ich mich mal wieder aufgerast! Äh, wie viele Schritte Distanz? Ich habe 100! Ich glaube, 100 Schritte bis 150! Aber höchstens 10 bis 15! Einverstanden! Warum fragst du denn ihn? Mich müssen Sie fragen! Ich bin ja so beträgt! Also! Einverstanden! 15 Schritte! Füllen wir! Jeder! Und gewiss! 30! Also! Die Herren stehen Rücken an Rücken! Das sehen wir uns ja nicht! Herr Professor Podersam wird so freundlich sein, das Kommando zu übernehmen! Dann gehen Sie beide auseinander! Und beim 15. Schritt wenden Sie! Und es ertönt mein Kommando! Fertig! Los! So ist es! Jetzt kriege ich einen Nagelstoßen an! Aber nicht wie ich! Na, was ist denn? Da lacht er noch! Man gibt nicht einem Menschen so viel zu trinken! Weil man weiß, dass er etwas Wichtiges vorhat! Versteht! So was hat keinem! Ich kenne mich nicht! Es handelt sich um sein oder nicht sein! Hört mal zurück! Nein! Geht los! Geht los! Die Herren Gegner werden gebeten, sich Rücken an Rücken zusammenzustellen! Ich hebe die rechte Hand und zähle langsam bis 15! Dann erfüllt das Schusskommando! Fertig! Los! Also meine Herren! Ich bitte Ihre Waffen nachzusehen! Also! Fertig! Los! Jetzt schon? Nein! Ich hebe langsam bis 15! Ja! Ihr hört! Ihr macht mich fertig! Also ich beginne zu zählen! Eins! Zwei! Drei! Vier! Fünf! Halt! Halt! Was ist denn? Es gibt jetzt bitte sich zu überzeugen! Bitte sich zu überzeugen! Mein Kompagnon! Mein Gegner macht ganz kleine Schritte! Das ist eine Schiebung! Aber wie können Sie so etwas sagen? Eine Schiebung! Also bitte endlich wieder zurück auf die Plätze! Naja! Dann verbrechen Sie nicht! Bitte! Man wird doch aber noch was sagen dürfen! Bevor es zu Ende geht! Bevor es zu spät ist! Nicht wahr? Also meine Herren! Ich bitte doch Stellung zu nehmen! Rücken an Rücken! So! Was macht? Eins! Zwei! Drei! Vier! Fünf! Sechs! Sieben! Acht! Neun! Zehn! Elf! Zwölf! Dreizehn! Vierzehn! 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 Was ist denn los? Da wurde doch geschossen! Oh Gott! Schönen! Oh Gott! Schönen! Oh Gott! Schönen! Der wurde doch geschossen! Aber er schreckt! Ist doch nicht so neige Frau! Scheibenschießen tun's halt! Draußen im Weiler! Zu ärgerlich! Obwohl ich ihm zweimal gesagt habe, er soll in die Luft schießen! Was war denn los? Ein Duell? In Gottes Wien ein Duell? Ja! Hat er denn eben sehr sehr getroffen? Nein! Aber den Sekundanten! Ein Mörder ist er! Ein Mörder! Er hat mich in den Mittelfinger geflossen! Nein! Ruhe! Ruhe! Höchstlicher Professor! Mein schöner Mittelfinger! Wo ist er denn eigentlich? Das ist Pati so. Es ist gut. Das ist die Nörgelser. Aufholz, 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 aufholz. Wo hieß er denn, er hat noch 300 Schillinge von mir. Wohl, wohl, nur nicht weinen, nur nicht weinen. Ihr hättet euch schief gelacht. So, das hätt ich von dem alten Herrn nie gedacht. Ja, das ist ja nicht ihr Mann, aber ne? Was? Aber ja, aber was? Mein Auto, mein Auto, mein Auto hat mich gestohlen, während ich mich umgeschlagen habe. Aufholz, 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 aufholz. Die Idioten hat er aufzunehmen. Im Auftrag des Herrn Ministers habe ich Sie von Ihrem Urlaub zurückberufen, weil ich Ihnen Ihre Ernennung zum Oberlandesgerichtsrat bekannt geben soll. Oberlandesgerichtsrat? Sie kennen wohl den Herr Minister sehr gut persönlich. Nein, nein, ich weiß nicht einmal, wer diesen Monat Justizminister ist. Ihr Sinn für Humor hat uns schon immer sehr erfreut. Na, hoffentlich verlieren Sie ihn auch nicht in Ihrem neuen Arbeitsbereich in Rosenburg. Was, in Rosenburg? In Kärnten? Ja, 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 ja. Über speziellen Wunsch des Herrn Ministers ist Ihnen mit Ihrer Ernennung gleichzeitig die Übernahme eines ziemlich komplizierten Falles, der beim dortigen Kreisgericht anhängig ist, übertragen worden. Ja, Bertrand, was ist denn das für ein Fall? Das werden Sie dort erfahren. Eine Sache, die uns das Gemeindeamt Felden übertragen hat. Felden? Um einen gewissen Seewald handelt es sich. Se... Seewald? Kennen Sie ihn vielleicht? Nein. Ich hör den Namen das erste Mal. Da habe ich also Anzeigen gegen ihn vor wegen Faschmeldung, Duell, Hazarspiel, Autotypstahl. Wieso? Der Gratstoffe hat doch sein Auto sicher bekommen. Wieso? Wissen Sie, dass das Auto die Gratstoffe gehört hat? Ach, aus dem Akt? Ach, das ist bewundernswert. Dabei heute ist doch der Nachtverkehr. Ja, das ist die Übung. Ich meine die Übung. Ach, das ist großartig. Es ist ein Glück, Herr Oberrat, dass Sie den Fall übernehmen. Ja. Ich habe gestern gleich, nachdem er von Wien Ihre Ankunft avisiert wurde, die Zeugen für heute Vormittag um neun Uhr vorgeladen. Ist Ihnen doch recht? Ja. Das ist ja die Frau Scherzer, Ebeseder, Gratstoffe, Bode... 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 Das ist merkwürdig. Also, ich gebe mir die ganze Zeit Mühe, diesen Namen zu entziffern, Sie werfen einen Flüchtigenblick darauf verkehrt. Ja, bei mir ist das... Ich lese ja verkehrt genauso. Also, ob ich den... Ob ich den als jetzt so... Oder so... Oder... Bode... 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 Das ist großartig. Es ist jetzt... Es ist jetzt halb zehn. Wenn es Ihnen recht ist, fangen wir gleich an. Ja, ja. Bitte. Einen... Einen Talar finden Sie für sich im Kasten. Ja, wir haben ihn mitgebracht. Man muss der hiesigen Bevölkerung ein bisschen durch Häßerlichkeiten imponieren, Herr Oberrat. Muss denn das sein? Bitte, bitte. Ich möchte Sie überhaupt bitten, Herr Oberrat, bei euren Verhandlungen... Danke. ... den Talar anzulegen. Wen wollen Sie zuerst vornehmen? Ich glaube, vielleicht den Gemeindepolizisten. Ja, ja. Der kennt mich wenigstens nicht. Soll ich Ihnen einen Schreibkraft schicken? Brauche ich keine. Ich schreibe mir meine Protokole ohne ein. Großartig. Das ist großartig. Polizei, Klimfinger. Polizei, Inspektor Klimfinger. Hör! Der Polizeimann hätte auch ruhig später drankommen können. Ich bin in die Pension gekommen, um den Herrn von Seewald, gegen den einige Anzeigen erstattet worden sind, eigenhändig zu verhaften. Und im Falle er widerspenstig ist, ihn sofort zu fesseln. Er war aber nirgends mehr zu finden, der Gauner. Sie, schimpfen Sie nicht. Dazu bin ich da. Peter, was war mit den Beschuldigten? Er war bereits mit dem Auto auf und davon. Na, also, da haben wir es ja. Nie ist die Polizei noch, wenn ein Auto gestohlen wird. Sie geben also zu, dass Sie viel zu spät auf den Tatort erschienen sind. Ich habe doch nur meine nötigen Recherchen einholen müssen. Aber gehen Sie, reden Sie nix. Was ist denn mit dem Auto geschenkt? Das hat der Herr Krauthapel wieder zurückgekriegt, weil es wir auf dem Bahnhof in Börtschach Mutterseelen allein gefunden haben. Na bitte. Der versuchte Diebstahl des Autos reduziert sich demnach auf unbefugte Benützung fremden Eigentums. Sehr richtig. Ich bewundere, ich schaffe es Ihnen, Herr Oberlandesgerät, zu haben. Abtreten! Na bitte, sehen Sie. Und so wird es auch mit den anderen Anzeigen sein. Dieser Seewald ist wahrscheinlich ein ganz ein anständlicher Mensch, der nur durch die Macht der Umstände in Situationen gekommen ist. Er hat aber auch Hazard gespielt. Ja, na, Poker hat er gespielt. Ist dem Poker schon Hazard? Ja, woher wissen Sie, dass es Poker war? Aber in der Anzeige steht, dass er Hazard gespielt hat. Wird man, dass es Poker war? Wird man? Das ist also fabelhaft. Das ist großartig, Herr Oberlandesgerät. Das ist großartig. Aber wie wäre es denn, wenn man jetzt die anderen Zeugen vornehmen würde? Ja, ja. Zum Beispiel die Frau, Frau Sebel. Bitte, bitte, ich muss den Bartschuk. Also ich bin voraus jetzt in mein Büro. Und wenn Sie mich brauchen, dann rufen Sie mich. Ja, Herr Oberland, bitte sich gar nicht zu bemühen. Nein, 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 ich sage es später noch nach, wie Sie sich hier fühlen. Ja, bitte. Zeig Ihnen Marianne Seewald. Wie lange wird das noch dauern? Ich habe doch mein Haus voller Gäste. Sie sind auch als Zeuge vorgeladen, Herr Rath? Aber, gnädige Frau, viel Ärger. Euch angeklagter. Was, angeklagter? Euch angeklagter, stellen Sie sich vor. Und jetzt soll ich den Prozess gegen mich allein fielen? Ja, es ist ja furchtbar. Können Sie sich das vorstellen? Ich habe mir voraus, Sie lachen. Aber, mein Gott, warum habe ich mich auch in Sie verlieben müssen? Ich wollte einen Esel. Aber, ja. Ober, Ober. Ober? Ja, avanciert bin ich ja auch. Damit die Blamage umso größer wird, wenn alles aufkommt. Und das muss ja alles aufkommen. Aber nein. Also, wie war das? Sie kamen mit dem Auto bis zum Bahnhof nach Pörtschach. Pörtschach. Und dort habe ich einen Schnellzug erwischt. Das heißt, ich habe ihn nicht direkt erwischt. Und ich bin am vorengenden Zug aufgesprungen. Mein Gott. Um Gottes Willen, haben Sie sich was zugezogen? 20 Schillen Geld straff. Ich bin es aber schuldig geblieben. Und dabei kann ich mir nicht erklären, welchen Umstand ich überhaupt diese ganze Sache zu verdanken habe. Diese Versetzung nach Rosenburg und dieses ganze Avancement. Also, ich glaube, die Sache mit dem Avancement kann ich Ihnen erklären. Ja? Waltersheim hat Sie protegiert. Waltersheim? Ja. Damit der falsche Bachmeier, mein Mann, nicht wahr? Auf seine Tochter anbeißt. Also, bitte. Und ich muss das Boot ausgießen. Ich werde daher versetzt. Ich muss meine Wohnung verlieren. Ich verzeih' ihn bitte, gestatten, dass ich bekannt mache, Herr Hofraut. Wer noch? Äh, Frau von Seewald. Wer noch? Ich bitte, Frau Zeugin, darf ich bitten, den Nebenraum Platz zu nehmen? Bitte. Das Verheer ist nämlich noch nicht zu Ende. Das ist eine reizende Dame, nicht wahr? Es ist nur schade, dass ich so einen Verbrecher zum Mann habe. Nun, Verbrecher kann man ja eigentlich nicht sagen, nicht wahr? Es stellt sich immer mehr heraus, dass dieser Herr Seewald das Opfer widriger Umstände geworden ist. Und bitte, und Bocca hat er ja auch nicht gespielt. Schwarzer Peter hat er gespielt. Schwarzer Peter. Aber duelliert hat er sich doch. Ne? Auch nicht. Es ist ja in die Luft geschossen worden. Wieso ist dann der Bodersamt verwundet worden? Ja, weil er da Depp ist. Nicht wahr? Er hat das Finger in die Höhe gehalten und hat den Probier so... Nicht wahr? Hat es ihm bei den Spitzl? Hat es ihn erwischt? Nicht wahr? Und er so... Durch den Schnagel. Schnagel? Ja, Schnagel. Ich meine so... Der Professor? Nein, ich. Sie? Ich sage, ich habe das ganz klipp und klar aus der Zeugenaussage, aus den Zeugenaussagen vorher, Frau Seewald, entnommen. Nicht wahr? Was ich meine, das Faktum-Duell-Vergehen kann man ruhig fallen lassen. Ruhig. Sind das ja für ein unbedingtes Ausscheiden des Duell-Delikts. Absolute. Absolute. Bitte, Herr Hofroth. Ich schließe mich damit vollkommen Ihrer Meinung an. Na, und wie ist das mit den anderen Fakten? Bitte, werde ich genau so untersuchen. Und ich bin davon überzeugt, dass auch sämtliche anderen Anzeigen vollständig aus der Luft gegessen sind. Und bitte, wo ist er denn überhaupt, der Inkubat, der Beschuldigte? Ach, das wissen Sie ja doch gar nicht. Die habe ich da nebenan in Gewahrsam bringen lassen. Und wegen Verständigungsgefahr mit den Zeugen. Da hinein, in der Zimmer, wo die Frau Seewald die Zeugen hinein, die muss man sofort isolieren. Die muss man ja isolieren. Darf ich bitten, liebe Frau? Ach, Sie, Herr Seewald, bitte. Ach, bitte, Herr Hofroth. Bitte. Möchten Sie nicht so freundlich sein und die ganze Untersuchung gegen meinen Mann einstellen? Ja, meine hochverehrte, liebe Frau, wie stellt sich denn das eigentlich vor? Gegen Ihren Herrn Gemahlin liegen ja noch eine ganze Menge anderer Anzeigen vor, die ich noch gründlich untersuchen werde. Ich bitte, die anderen Zeugen jetzt vorzurufen. Sofort, bitte. Ach, Herr Hofroth, ich bitte Sie, diese peinliche Prozedur macht mich sehr nervös, dass ich ganz schwach werde. Sie haben gefahren. Bitte fassen Sie sich. Ich werde helfen, aber wir brauchen Sie nicht. Ich gehe einfach auf, Schau. Ach, so was noch, jetzt sitze schön in der Denken, alles Ihres wegen. Sie, 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 Sie. Keine Ehrenbeleidigung, Herr Rat. Sie haben ohnehin schon zu viel auf dem Kerb heute. Ja, also bitte moderieren Sie sich. Sie sind hier nicht in einer Borchernfabrik, sondern in einem Gerichtszimmer, nicht wahr? Ach, entschuldigen Sie bitte. Und ich habe geglaubt, ich bin immer noch Landesgerichtsrat. Naja, die Umgruppierung fällt mir einigermaßen schwer. Also bitte machen Sie keine Witze. Die Situation, in der ich mich befinde, ist äußerst kritisch. Naja, Sie haben ja auch allerhand angestellt. Gleich ein Dutzend Delikte. Ach, gut, mein Herr Wünsch. Mein Gott, weil ich bedenke, was ich für acht Tage noch für ein unbescholtener Charakter war. Na, ich glaube, ich muss Ihnen jetzt heraushelfen. Also kommen Sie mal her. Ziehen Sie rasch den Talar aus. Wieso? Na kommen Sie, fragen Sie nicht lang. Was wollen Sie denn machen? Rasch her mit dem Talar. Was? Was wollen Sie denn? Das werden Sie gleich sehen. Nein, das geht nicht. Das ist ja Anmarschung meines Amtscharakters. Das ist ja § 3333. Eine Übertretung mehr oder weniger darf es Ihnen doch nicht drauf ankommen. Ja, aber was machen wir denn, wenn der Hofrat plötzlich hereinkommt? Nur keine Angst, meine Frau ist doch jetzt ohnmächtig. Das habe ich da drin alles mit ihr besprochen. Die hält jetzt den Hofrat fest. Das ist ein Gauner. Kinder, die ich habe gefeimt. Lassen Sie sämtliche Zeugen eintreten. Sämtliche Zeugen eintreten, bitte. Guten Tag. Morgen. Herr Herr Landis, Gerichtsrat. Morgen, Herr Landis, Gerichtsrat. Angegert, dann nehmen Sie jetzt hier Platz. Herr Landesgerichtsrat, dürfte ich eine Bitte hervorbringen? Ja, was wollen Sie denn? Ich möchte bitten, ob ich mich niedersetzen darf. Ich bin sehr schwach auf den Füßen. Na ja, bitte. Ich bin hierher nach Rosenburg versetzt worden, um die Affäre Seewald genau zu untersuchen. Bravo. Dieser Herr von Seewald, der hier als vielfach Beschuldigter sitzt, ist uns ja in Feldenhallen lieb und wert geworden. Nicht wahr? Ja, mir nicht. Er hat behauptet, ich hätte gemogelt. Das haben Sie ja. Bisschen, das habe ich deutlich gesehen. Er hat die Karten gemischt und drei hat er weggeworfen und vier hat er schnell wieder aufgehoben. Wenn das nicht gemogelt ist... Bisschen, bitte, Herr Angeklagter. Reden Sie erst, wenn Sie gefragt werden. Aber gemogelt hat er doch. Also, Herr Ebeseder, was wurde gespielt? Ach, Herr Oberlandesgerichtsherr... Bitte schön, mit mir gut. Verzeihen. Sie haben doch selbst gekiewitzt. Ich habe Sie nicht gefragt, wer gekiewitzt hat, sondern was gespielt wurde. Poker. Schwarzer Peter. Poker. Poker. Wenn es also Poker war und nicht Schwarzer Peter, so müsste ich auch die anderen Herrschaften in die Strafsache mit einbeziehen. Immer natürlich vorausgesetzt, dass Poker gespielt wurde. Was ist also gespielt worden? Schwarzer Peter. Schwarzer Peter? Schwarzer Peter. Ich werde also veranlassen, dass die Anzeige korrigiert wird. Das nächste Faktum. Amts-Ehren-Beleidigung und versuchte Beamtenbestechung. Zeuge Neubichler! Herr, Herr! Warum hat Sie denn Herr Seewald einen Idioten genannt? Ja, ich kann es mir selbst nicht erklären. Aber vermutlich wohl wegen dem, weil nämlich ich ihm das Geld, das ja Ihnen gehört hat, ich ihm nicht habe geben wollen. Er hat sich nämlich in schwindelhafter Weise, hat er sich für Sie ausgegeben. Und er hat auch kein Dokument nicht vorzeigen können, weil er ja sein Dienst nicht bei sich gehabt hat, das ja in den Dantenditezza-Ausweis. Aha. Und was haben Sie dann gemacht? Ich, ja, dann habe ich es Ihnen geben wollen. Und Sie haben dann gesagt, das Geld, Geld retour. So, sonst geht es retour. Aber haben Sie sich davon überzeugt, dass ich wirklich der Adressat bin? Haben Sie von mir ein Dokument verlangt? Nein, aber der Florian. Was, Florian? Ist doch Florian vielleicht ein Dokument? Nein. Vorschrift ist Vorschrift. Aber vielleicht waren die zehn Zigaretten, die ich Ihnen gegeben habe, ein Dokument. Es waren bloß fünf. Umso ärger. Ja, mein lieber Leubichler, wer so seine Dienstvorschrift verletzt und dann selbst noch die Anzeige macht, die seine Disziplinierung herbeiführen kann. Nun, dann ziehe ich die Anzeige bedauerlicherweise retour, zurück, zurück retour. Also das Faktum Amts-Ehrenbeleidigung und Beamtenbestechung scheidet ebenfalls aus. Frau Scherzer, welche Beschuldigungen haben Sie gegen diesen Herrn? Ich? Aber gar keine. Mein Geld habe ich ja auf heller und fennig von seiner Frau bekommen. Na also, dann ist das Faktum Zechprellerat auch erledigt. Sie haben nichts mehr zu fordern und damit passt er. Ich danke Ihnen, liebe Frau. Und deshalb habe ich so lange warten müssen. Auf Wiedersehen, Herr Landesgerichtsrat. Ober. Herr Leubichler, Sie können auch gehen. Fesch ist ein Dator. Auf Wiedersehen, Herr Landesgerichtsrat. Oha. Verzeihung, Herr Landesgerichtsrat, darf ich um meine Zeugengebühr bitten? Aber wie viel bekommen Sie? Für gewöhnlich zehn Schlimm, Herr Landesgerichtsrat. Na also zahlen Sie. Ich? Na, ich muss ja das Gericht bezahlen. Das ist wohl nicht zu glauben. Kommt her. Hier. Danke, Herr Landesgerichtsrat. Auf Wiedersehen. Letztes Faktum, das Duell. Erzählen Sie, Herr Ebeseeter, dem Gericht den Vorgang. Ja, aber Herr Oberrat. Sie waren doch persönlich dabei. Als Sekundant. Na, haben Sie nicht selbst gesagt, dass mich Herr Seewald zum Duell fordern muss? Sie haben an das Gericht keine Fragen zu stellen. Das ist gegen die Prozessordnung. Sehr richtig. Herr Angeklagter, erzählen Sie selber, wie das Duell war. Bitte. Es war ja eigentlich gar kein Duell, wie man so sagt. Es ist ja nur ein Schuss gewechselt worden. Die beiden Gegner sind nämlich noch vor dem Zweikampf zurückgetreten, was natürlich straflos macht. Na ja, natürlich. Nach Paragraf 144. Nein, 163. Na ja, man kann es auch nach dem Paragrafen beurteilen. Kann man nicht, weil das ist ja Kindesmord. Das ist ja Kindesmord. Na, jedenfalls ist die Sache aus der Welt geschafft. Prost. Prost. Ja, was ist los? Bitte schön, der Herr Kreisgerichtspräsident Waltersheim ist zu den Herrn Hofrat gekommen. Was? Der Herr Kreisgerichtspräsident? Ich lasse bitten. Muss ich jetzt wieder da hinein? Leider, mir fast tut mir leid, aber ich werde... Ja, ja, Herr Hofrat. Ah, welch ein angenehmer Zufall, Sie hier stehen, ihr Frau. Ja, lieber Herr Hofrat, ich komme halt dienstlich, halt privat. Dienstlich muss ich Sie fragen, ob der Oberlandesgerichtshar Bachmeier schon eingetroffen ist. Ja, ich werde sofort... Verständigen Sie Herrn Oberlandesgerichtshar Bachmeier, dass der Kreisgerichtspräsident Ihnen sofort zu sprechen ist. Jawohl. Und privat darf ich Ihnen mitteilen, dass meine Tochter Lili sich verlobt hat. Ah, das ist das. Das ist aber reinzulich. Ja, Herr Kreisgerichtshar. Ja, Herr Kreisgerichtshar. Ja, Herr Kreisgerichtshar, ich wünsche Ihnen einen Oberlandesgerichtshar zu sprechen. Weißt du, der ist da. Geben Sie mir da hinein. Ich muss ihm da hinein. Ich muss ihm. Geben Sie doch keine Mühe an den alten Kaffee. Der Praktikus will mich zu täuschen. Ja, wer soll das? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Meine Tochter hat mir bereits alles erzählt. Ach, ich muss Sie also nicht heiraten? Nein. Das wird ein anderer besorgen, der Herr von Hofstetten. Na, gratuliere. Hier habe ich schon die Ernennung meines zukünftigen Schwiegersohnes zum Richter in Rosenburg und Ihre Rückberufung nach Wien, Herr Oberlandesgerichtsrat. Ja. Ihr altes Büro erwartet Sie schon. Ja, na fein, der war ja so hart noch nicht. So, und jetzt werde ich gleich dem Herrn Hofrat alles übergeben. Sehr geehrter Herr, danke Ihnen herzlich, dass Sie mich aus dieser Kiste herausgerissen haben. Sie war sehr lieb. Ich bin sehr, Herr Rat. Ich wusste ja, es kommt alles in Ordnung. Danke, liebe Frau Kiste. Also, auf Wiedersehen. Und Ihren nächsten Urlaub verbringen Sie wieder mit uns in Venden. Ja, Gott sei Dank. Ja, ich weiß nicht, aber bitte, jetzt muss ich einmal auf alle Fälle, auf ein paar Tage zu meiner Erholung nach. Ja, ich weiß nicht, aber bitte, jetzt muss ich mal auf alle Fälle.